So, Leute! Wir sind wieder bei Mario Wundervoll, Digga. Und, äh, Grüße, YouTube. Hallo, YouTube. Wir, äh, sind, glaub ich, momentan Welt 5 oder 4 oder so. 4, glaub ich, müsste sein, ne? Wir haben letzte Woche 2 und 3 beendet gehabt. Ähm, äh, genau. Alle mal winken. Hallo, YouTube. Hey, auf YouTube. Guck mal, wie süß und nett der Chat ist. Kommt vorbei, kommt vorbei. Äh, genau. Ich hab kurz in diese Wüstenwelt reingeschaut. Ähm. Und hab hier aber nichts mehr gemacht, ne? Das müsste, glaub ich, jetzt die 4. Welt sein oder so. Ich will alle YouTube-Zuschauer essen. Perfekt. Poplins Haus in der wolkenlosen Wüste. Wie gefällt dir Wunder bisher? Habt den letzten Sonntag nicht nachgeschaut. Äh, ich mag's bisher. Also, ich denk mal, ich werd's auch bis zum Ende mögen. Ich mag, ähm, den Stil sehr gerne. Ich mag die Neuerungen sehr gerne. Ähm, ich mag die Variety. Ich find es cool, dass jedes Level irgendwie äh, ein bestimmtes Konzept verfolgt. Dass jedes Level irgendwie einen Twist hat. Das ist alles sehr, sehr cool. Das Einzige, was mich bisher bei Wunder stört, sind die Sprunggeräusche. Die sind echt nervig. Pium. 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 Die sind ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist alles geil. Alles geil bisher. Und sorry, Kone, dankeschön für 9 Monate. Vielen, vielen Dank. Mh, 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 mh. Hatte ein bisschen was um die Ohren gehabt, aber jetzt bin ich wieder da. Ja, freut mich, Raymona. Freut mich, Mann. Okay, lass uns anfangen. Das ist ja kein richtiges Level, ne? Das ist einfach nur so. Hallo, gib mir deine Moneten! Ist das nicht so ein Level? Nee. Stimmt, ich hab die noch auf Spanisch. Warte. Lass mich mal wieder Deutsch machen. Ich vermische, ich vermisse, vermische, vermische, ich vermisse die deutsche Sprache. Dekalo. Ist das heiß? Yeah! Das ist hier ziemlich heiß. Ich hab den Heizel-Stream damals gesehen, wo er das an einem Stück gespielt hat. Aber wieso die Emoji? Was... Was so anstrengend? Oder war es zu viel für einen Stream, dass es am Ende dann einfach nur noch eine Qual war für ihn? Russisch war am besten. Ja, Russisch war auch nice, aber... Ist, glaube ich, für Leute, die es halt nicht verstehen, dann recht schnell nicht mehr so lustig. Also das habe ich für mich persönlich bei den anderen Sprachen gemerkt, die ich halt nicht kann, wie zum Beispiel Spanisch hat man ja gehabt. Ähm... Dass es recht schnell witzlos war. Weil... Ja... Es war dann zwei, dreimal lustig, dass er was auf Spanisch gesagt hat. Und dann habe ich eh nichts mehr verstanden, was er gesagt hat. Ui, das ist ja voll groß hier. Das ist eine Fata Morgana! Der Stream ging halt so 28 Stunden. Ah. Ja, Niederländisch hatten wir auch schon, ja. Okay. Hier gibt es sogar Blöcke. Wow, eine Münze! Meine Lieblingsoberwelt. Okay. Ja, mal schauen. Machen wir einfach mal was, ne? Hier sind auf jeden Fall einige Fata Morgana. Was ist denn hier los? Das Spiel macht Spaß, ja. Ist ja cool. Wird schon jetzt, obwohl ich... Oh, hier ist was drin, oder? Miyamoto, du bist so eine scheiß Legende. Ich würde schon fast behaupten, das ist mit eines der besten Mario-Spiele. Also, wenn man irgendwie schon länger kein Mario mehr gespielt hat oder so und überlegt, ob man damit wieder einsteigen will. Das ist genau richtig. Ist das wieder Musiklevel? Ok. Eins, zwei, drei, spring! Eins, zwei, drei, spring! Yeah. Mach auf! Ich mache immer zu früh Ah, komm schon Ähm, achso Ich möchte ein Taktgefühl haben Ah Ah Es kommt scheiß drauf Ich habe mal Gitarre gespielt Merkt man das? Jo, der war ja eine Disco-Kugel Merkt man nicht, ne? Aber ich war auch nicht so gut, deshalb habe ich aufgehört Wozu hast du eigentlich die ganzen Rhythmus-Spiele letztes Jahr gespielt? Ja, ich habe sie gespielt Mit der Hoffnung, dass ich besser werde in sowas Und? Wurde ich besser? Nein, leider nicht Denkst du, dass das nächste 2D-Mario Äh, den gleichen Stil haben wird wie Wanda? Ich denke schon, ja Ich denke, die werden sich da erstmal jetzt Ähm, drauf ausruhen So wie sie ja auch bei dem New-Stil gemacht haben, ne? Ich denke mal, die werden sich da erstmal drauf ausruhen Weil sie werden nicht einen komplett neuen Stil erfinden Und den dann direkt wieder verwerfen Ich denke nicht Band frei für die Armad-Bande Okay Kasuro, dankeschön Für 55 Monate in Tier 3, du Legende Dankeschön, dankeschön Bist du schon durch? Mit FF7? Ich meine, natürlich Kann ich mich auch irren, ne? Das ist jetzt Ich bearbeite nicht bei Nintendo und so, ne? Und Nintendo macht oft Kram, der ein bisschen Weird ist und so, aber Ich glaube, das wäre auch echt doof, wenn die den Stil jetzt einfach verwerfen würden Außer natürlich ein 3D-Mario, ne? Das wird wahrscheinlich wieder komplett anders sein Vor allem auf der Switch 2 oder so Da wird ja safe nochmal Wanda kommen Da kommen Wanda Deluxe oder so Nicht Deluxe, sondern, ähm Wie heißt der Shit? So viel Sand Wie ist der Shit nochmal hier? Okay Auf der Auf der Switch hat man doch dieses Luigi Yu gehabt Ding Mit Neuen Extras Wow Vielleicht sowas halt Wobei, da gab es keine Extras, ne? Das war einfach nur DLC zusammen mit dem Main Game, ne? Ja, keine Ahnung, man Scheiß Nintendo Juuu Aber bei den Marathon Sonntagen bin ich dennoch stark, äh Am stark erkunden gerade, primär Noch nicht Also ich bin in FF7 gerade in Chapter 4 Ich werde wahrscheinlich mit dem Spiel niemals fertig, aber hey Ich kann die Kakteen kaputt machen Elefanten ist auch so weird, ne? Also ich, natürlich Elefanten sind super, ne? Aber was war die Wieso wollte Nintendo unbedingt Elefanten haben? Gab's da irgendwie Gibt's da irgendwie Lore? Wieso Nintendo sich entschieden hat, Elefanten zu nehmen? Und keine, keine Ahnung, zum Beispiel Ameisenbären Die so genau Elefanten Geil, Münze Was für Kink Ben ist denn Playthrough done Beim FF Marathon, genau Statt FF-Hype bin ich voll im Elden Ring-Hype Endlich mal damit angefangen, stark Ist aber auch ein geiles Game, man Komm bald wieder Ich glaub ich hab den Samen verpasst Irgendwo gab's verschiedene Röhre, wo ich hätte reingehen können Hier Einfach am Ende in den Samen platziert Machen wir alles später Ich geh nochmal durch, werd alles nochmal suchen Miyamoto's Fursona ist Elefant Ist vielleicht irgendwie 2023 das Jahr des Elefanten gewesen Oder so? Oder wieso genau Elefant? Es gibt so viele Tiere, die man hätte machen können Weil bei Katze haben sie das ja gemacht Wegen Jahr der Katze oder so, ne? Oder Jahr des Tigers, irgendwie sowas, oder? Haben die das nicht deswegen gemacht? Höllenschatz Elden Ring lohnt sich sehr Hol's dir Hol's dir Tatsächlich kein Jahr des Elefants Hm Der Bohrer! Wie funktioniert der nochmal? Aktuelle Spiele Spiele drei Sachen Elden Ring, Dark Souls, Dragon's Dog Man, du spielst drei Spiele gleichzeitig Und zwei davon sind einfach zwei Souls-Spiele Achso, unten Was? Das war ja wild Das war ja wild Junge Okay, das war's? Das war das Level? Okay, cool Nein, nacheinander Achso Im nächsten Mario Game Haben wir dann ein Faultier Ja, Faultier ist, glaube ich Für einen Jump'n'Run, glaube ich Nicht so spannend Ich glaube Ich glaube Faultier Weil Jump'n'Runs sind ja Eher immer schnell Rasant Faultier wäre vielleicht was fürs Yoshi-Spiel Die Yoshi-Spiele sind doch immer so Langweilig und langsam Aber für die Mario-Spiele Da muss ja Wobei Okay, okay Ein Elefant ist jetzt auch nicht dafür bekannt Unbedingt Rasant und schnell zu sein, oder? Elefanten sind ja auch Sind ja auch eher so Charakteristisch eher dafür bekannt Dass es eher so Entspannte Entspannte Tiere sind Oh, kann ich dran ziehen? Ja Gelöscht einfach Ich bin grad zum ersten Mal Bloodborne stark Bloodborne ist aber auch echt Echt starkes Game Okay, so kann man die nicht töten Ich bin heute endlich mal wieder Motorrad gefahren Hinten drauf oder selber am Steuer? Na bitte, bitte Daisy Daisy, bitte Selber, oha Und du hast überlebt? Geht's noch tiefer? Ja, na Gut gezogen Wie läuft der Trip? Der Trip läuft wundervoll Wegen Elden Ring holen Hab halt noch nie Souls Games gespielt Ich werde wahrscheinlich zerbrechen in einem Game Ja, das ist gut möglich Aber Elden Ring ist auch an sich Ein ganz guter Einstieg in die Reihe Ich mein, ich würd immer Dark Souls 1 empfehlen Aber Elden Ring ist auch sehr gut Als ob man da Damage bekommt Weg mit euch Vögeln Ich werd wieder den Wundersamen nicht finden Ach, komm Ich spring rein Dummkopf Weg mit dir Da, die blaue Röhre Die ist es Ja, ich kicke ihn nicht Schnell rein Hier ist es, oder? Nee, auch nur ne lila Münze Ich hab ja auch gestern Elden Ring gestreamt Hab schon Blut geleckt, Alter Hab schon Blut geleckt Hab Bock auf mehr Ich glaub, ich komm da ohne Bohrer gar nicht hoch, ne? Ich glaub, ich brauch hier einen Bohrer Mein Einstieg in Souls-like War another scrap treasure Aus der Nintendo Direct sein Löscht dich Ah Wow Ich hab doch in dem In dem Level Achso, du meinst, ich hab einen Bohrer dabei Ausgerüstet Ah Jaja, ich hab eins dabei Ja, Entschuldigung, du hast recht Hätt ich benutzen können Naja Naja Zu spät Vergess ich immer Die Items vergess ich immer Junge, wie Okay Eben, wenn man im Sand steht Kann man nicht hochspringen Okay Das ergibt Sinn Ich bin so schlecht 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 Ich werde heute auch wieder Ellen Ring anfangen Weil ich das seit Release Nie fertig gespielt habe Wo hast du aufgehört? Bin ich auch noch nebenbei Kurz mitgenommen Ach, das gibt's doch nicht Da ist der Wundersamen Magst du schnell man in dem Game respawnt Ja Das ist auch cool Du fliegst nicht irgendwie aus dem Level raus Oder so Man muss das neu anwählen Bleib stehen, du Ganove Eindringling 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 also Oh nein, die Wand kommt immer näher Okay Das ging ja schnell Ich dachte, das wird jetzt hier ein bisschen länger dauern Aber okay Den einzigen Boss, den ich mal hatte Der sich vielleicht vergleichen lässt War Fatales aus Monster Hunter World Vergleichbar mit Dingens Mit Souls, meinst du? Also ich meine, wenn du eh Monster Hunter Spieler bist Dann wirst du wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad auch irgendwo irgendwie mögen Dann denke ich mal, bist du auch bereit für ein bisschen Frust, ne? Weil Monster Hunter kann schon echt schwer sein teilweise Ich habe den Feuerriesen besiegt und dann habe ich aufgehört Ja, du warst schon fast durch Quasi Was Story angeht, warst schon fast durch Wie schrecklich Oh nein Hier ist überall Sand Was ist los, Schiwi? Was möchtest du? Was steht da? Irgendwas mit hoch Okay Okay Die Ninjis sind in dem Spiel einfach irgendwie nur am Tanzen Die bekämpfen dich gar nicht Sind nur am Tanzen Ich habe gestern mit dem gestern Regen-Stream auch Blut geleckt Und will das alles fertig bekommen Besonders die NPC-Stories Ja, dann Let's go, Mann Ich hätte auch Bock wieder auf irgendwie so einen ganz normalen Casual-Run, ne? Aber Imagine Zeit haben Imagine Zeit haben Ich bin mir jetzt den ganzen Monat beschäftigt mit Final Fantasy VII Am Ende des Monats kommt Dragon's Dogma Dog Falsche Mütze Ja, die habe ich doch schon Ist einfach nur ein neuer Test, ne? Flieeeeg Okay, ich bin tot Ich dachte, ich kann auf den Wolken stehen Flieeeeg Da kann ich nicht fliegen Oh, das ist jetzt hier Raymond Legends einfach Scheiße Halte durch Nein Nein Weder die Münze noch überlebt Wow Fand die NPC-Stories ein wenig wake zu folgen am Release Und habe oft Sachen verpasst Also ich habe die meisten Sachen mitbekommen Aber ja, es gibt schon manche Sachen bei Manche NPC-Quests, die sind schon ein bisschen weird Weil Also für mich war da immer dieses Dieses eine Beispiel, was ich in meinem Kopf habe Ähm Ist immer Ey, diese Stelle hier ist ja richtig arsch Haltet durch Haltet durch Ähm Und zwar Diese Quest mit dieser Mit dieser Rothaarigen da Millicent oder wie die heißt Millicent Die von Dornröschen Oh nein Der ist ja noch ne Münze gewesen Millicent, ja Dass die so an Ähm An manchen Äh Graces ja steht Äh, nicht Millicent Nicht Millicent Äh, nicht Millicent Die Die Alde Die Alde mit der Frenzy Quest Mit der Frenzy Story Die Alde Nicht die Millicent Hierta Genau Die dann du ja im Laufe des Spiels Immer wieder triffst Und wenn du sie an der einen Location Nicht getroffen hast Dann steht sie nicht an der nächsten Location Du musst also sie erst an der ersten Wieder getroffen haben Und sie steht an sich schon An sich An Bonnfeiern Genau die mit den Augenbären Die steht schon an sich An Bonnfeiern Wo man in der Regel Eigentlich Vorbeiläuft Wenn man der Story folgt Ne, weil du hast ja mal diesen Diesen Strahl Der dir mal zeigt Wo es immer hingeht Und in der Regel ist das so gestaltet Dass du da Vorbeiläufst Aber wenn du halt dann mal Nicht vorbeiläufst Weil du mal irgendwie Einen anderen Weg genommen hast Oder sowas Und das dann übersehen hast Dann ist die ganze Quest Für dich weg Und das war bei mir so Was heißt weg Bei mir war das so Dass ich Sie anfangs getroffen hatte Und ich hab sie Nicht gesehen An dem Bonfire Nach Godric Äh Godric Doch Godric the Golden Da steht sie ja danach An so einem Bonfire Äh In den Eintritt von Leonia Da steht sie direkt Und ich hab das Bonfire gesammelt Aber ich hab sie irgendwie Nicht gesehen Keine Ahnung Ob ich dann irgendwie In eine andere Ecke geschaut habe Irgendwie Den Hintergrund mir angeschaut habe Diese Prämisse Äh Diese Kulisse mir angeschaut habe Und sie gar nicht gecheckt habe Dass sie da steht Irgendwie komplett übersehen Dass sie da steht Und bin dann halt weitergelaufen Und irgendwann Mitten im Game Dachte ich mir Wo ist die eigentlich Die Alde Ich find jetzt so viele Dinge Also wo ist die denn Wo ist die hin So und dann hab ich Da hab ich dann Gegoogelt gehabt Wo sie steht Und dann hab ich festgestellt Das steht sie Und dann den Rest Der Oh okay Rätsel der Röhren Oh nein Ist schon wieder ein Rätselquest Und dann den Rest Der Quest hab ich dann halt Ohne ein Guide gemacht Aber da musste ich dann Kurz googeln Dann hab ich den ersten Spot Von ihr dann dort gesehen Und dann hab ich gesagt Okay ich geh jetzt einfach Nochmal alle Bonfires durch Die ich schon habe Und so weiter Und guck ob ich sie dann finde Und dann hab ich sie An mehreren Spots gefunden Und konnte die Quest Dann normal weitermachen Aber ja Und Das ist halt Wahrscheinlich das Problem Von einem Open World Spiel Ne Äh Was die nicht so gut Geregelt haben vielleicht Aber ja Ja Aber vieles wurde nicht So geil geregelt Weil es halt Open World ist Aber gut Und ich bin auch nicht So ein riesiger Fan Von Open World Ne Okay Was ist das hier Ja ja Jetzt werden die NPCs angezeigt Zum Release Wurden die nicht angezeigt Und jetzt werden die Dir angezeigt Aber ich glaube die werden die auch Nur angezeigt Wenn du mit denen Einmal gesprochen hast Oder Okay Jetzt muss ich einfach Nur die richtige Röhre finden Das heißt Wenn du sie vorher Nicht gefunden hast Nicht angesprochen hast Dann wird sie nirgendwo stehen Äh Wird sie auf der Map Nicht angezeigt Du musst sie also schon Einmal gefunden haben Okay Okay Das ist ja gemein War bei mir genauso Ja Vielleicht Walljumps Ne Walljumps kann man währenddessen nicht machen Hm 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 Okay warte Ich schau mich mal weiter um Wir testen einfach alle Röhren durch Irgendwann finde ich bestimmt schon was Da war ich gerade drin Und das ist jetzt auch so bei FF7 Bei dem Remake Bei Rebirth Jetzt auch so doof Äh Nicht mit dem NPC Quest Aber dass es halt auch wieder Open World ist Bin ich auch nicht so ein großer Fan von Ich finde Open World macht immer alles ein bisschen kaputt Ui Aber das ist im Vordergrund Nicht im Hintergrund Ich bin im Hintergrund Und die Röhre ist auch im Hintergrund Äh im Vordergrund Ja Open World war ein Fehler Das war ein großer Fehler von den Videospielentwicklern Niemand hätte Open World erfinden dürfen Ich möchte in die Zeit zurückreisen Und die Entwicklung des ersten Open World Spiels verhindern Ich mag die Open World von Rebirth to be Honored Ich mag sie auch optisch Aber ich finde halt Open World Mechaniken Absolut Arsch langweilig in allen Spielen Weil Open World Oh Open World Mechaniken bringen halt mit sich immer sehr viel repetitiven Kram Okay Oh ich bin jetzt big Open World bringt halt immer sehr viel repetitiv 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 Ja du wirst schon was ich meine Was halt echt nicht so spaßig ist Was einfach nur da ist um halt die Welt zu füllen Auch in so einem Elden Ring halt Ist auch einfach nur da um die Welt zu füllen Sehr viel Kram Der einfach wie sich wiederholt Dieselben Rätsel wie die sich wiederholen Nur ein bisschen abgewandelt sind Dieselben Kämpfe Die sich wiederholen Nur abgewandelt sind Ja auch in Zelda Überall halt Das ist halt Open World Und keine Ahnung Ich bin dann immer eher ein Fan Eher habe ich Etwas einzigartiges Als zehnmal das gleiche Nur dann immer abgewandelter Version Keine Ahnung Und das ist halt das Was immer Open World mit sich bringt Leider Dachte du findest FF7 hässlich Ja die Beleuchtung und so finde ich hässlich Aber Art Design ist sehr geil Die Welt ist sehr cool Aber ja die Beleuchtung in FF7 ist ultra hässlich Und dieser komische Performance Modus Wieso ist alles so verschwommen Das ist ja Katastrophe Aber ja ist Ist von der Textur Qualität Und von der Beleuchtung FF7 Rebirth Schon Letdown Gegenüber dem ersten Teil Und vor allem Letdown Gegenüber FF16 Ist schon echt ein Letdown Vor allem weil ja auch FF7 Hier Integrate Auch auf der PS5 war Und das dort auch Tausendmal schöner aussah Und so schön auch die Szenerie ist In FF7 Und so nice Dass das Die Art Direction ist Ist schon ein bisschen Letdown Ich kann auch nicht in Performance Modus spielen Ich musste Gestern musste ich auf die Kann ich wieder in die Röhre schieben? Gestern musste ich auf die 30 Frames runter gehen Damit das Spiel schön aussieht Ich kann mir das nicht mehr geben Okay ich kann wirklich in die Röhre schieben Wohin schieben wir die? Kann ich mir echt leider nicht geben Ja ja der Performance Modus ist ultra blurry Der sieht richtig scheiße aus Das sieht so haus halt wirklich wie Wenn du PC games Da gibt es ja immer diesen komischen AMD Resolution Filter Wie auch immer Ist hier eine unsichtbare Box irgendwo wieder? Wenn du den aktivierst Dann sieht alles irgendwie so komisch blurry aus Und das ist halt ultra hässlich Aber Das wäre alles kein Problem gewesen bei Rebirth Wenn die Beleuchtung Nicht so arsch wäre Die Beleuchtung in FF7 Ist leider Boah So katastrophal schlecht Nachts ist das Spiel echt hübsch Oder in dunklen Orten Aber tagsüber Boah Ist alles so komisch Überbelichtet Und Es ist einfach fürchterlich Die hätten sich den Lichttypen ranholen sollen Von FF16 Wieso kann ich diese Röhre schieben? Kann sein, dass die wirklich an manchen Stellen Man da rein kann Beim letzten Mal war das ja Dass ich die irgendwo hinschieben musste Und da drüber sind Blöcke aufgetaucht Aber Vielleicht ist das diesmal anders Und hier muss man jetzt rein in die Röhre Hab vor Rebirth noch Intermission gespielt Sah besser aus Ja Leider Deshalb ist das halt so ein Letdown Intermission sah halt viel geiler aus Das Remake auf der PS4 Sah schon gefühlt besser aus Dann kam FF16 Das sah viel viel besser aus Und dann Das Okay Man kann die auch so Hochballern Okay Was bringt mir das? Kann ich das mit denen auch machen? Nee, ne? Würde gerne FF7 zocken Aber bin Xbox Player Auch kein PC? Weil auf PC kommt das bestimmt Irgendwann Dieses oder nächstes Jahr Aber auf Xbox glaube ich schwierig Remake war halt eine PS4 Spiel Plus es hatte keine offene Welt Denke bei Open World Musste halt ein paar Abstriche gemacht werden Ja, aber Nee Das lasse ich nicht gelten Nee Nee Nee, lasse ich nicht gelten Lasse ich nicht gelten Nö Hier kann man rein Hier war ich ja schon drin Hey, es geht was geht ab Das lasse ich nicht gelten Es gab auf der PS4 Open World Spiele schon Auf der PS4 gab es Open World Spiele Die Auch stabil liefen Und besser aussehen als FF7 Und das ist eine Konsolengeneration weiter hinten Kann ich die ganz hoch jagen? Ich hab keine Ahnung Was dieses Level ist, Mann FF16 sah Tobi Hornes auch nur im Grafikmodus aus Performance sah genauso hässlich aus Ja und der Grafikmodus sieht in FF16 aus Besser als der Grafikmodus in FF7 Hundertmal besser Tausendmal besser Aber wie gesagt Bei FF7 ist halt auch Bei FF16 Was halt sehr stark Und was sehr gut war Ist halt die Beleuchtung gewesen Die macht halt so viel So eine gute Beleuchtung In Videospielen Macht so viel aus Okay Chat Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich bin verwirrt Ich weiß nicht mehr Was ich damit hier machen soll Ich bin so verwirrt Ah okay Ich hab was Aha Ich hab was Aha Okay Aber Die letzte werde ich immer noch nicht finden Ich denke mal Die letzte wird wohl Irgendwas Damit zu tun Hier haben Mit der Röhre Oder Also Ja oder nein In den Chat Kurz Hat das was damit hier zu tun Ja oder nein Nein Wieso kann ich das Ding hier schieben Oh Mann Obwohl Ich kann uns da wahrscheinlich schieben Um da hochzukommen Links Jaja das war wahrscheinlich Für das linke Ja Die Beleuchtung in Rebirth ist jank Max eine Blendgranate abzubekommen Wenn ich in der Höhle verlasse Ja das ist wirklich Das war aber leider auch schon Im ersten Remake so Dass tagsüber die Beleuchtung Echt nicht so schön war Und das macht halt leider echt viel aus Und die Art Direction In dem Rebirth Ist halt schon so nice Ich mag halt die Die Welt Wie sie aussieht Dass sie so So wild aussieht Von den Von den Strukturen Und halt wie dieser ganze Überall der Boden Aufbricht Und so Dass alles so uneben ist Und so Da sieht schon alles Sehr sehr cool aus Und sehr detailliert Aber Das leidet halt sehr stark Darunter Dass Es unter anderem So detailliert ist Und die Texturen Dementsprechend dann Sehr verwaschen sind Und unter anderem Die Beleuchtung halt So arsch ist Okay Chat Gib mir einen Hinweis In welcher Richtung Das ist Unten links Unten rechts Oben links Oben rechts Gib mir mal einen Hinweis Ist auf jeden Fall oben Oben rechts Also wirklich Bei diesen Röhren hier Ja Okay Aber ich hab die alle Durchgetestet Und die einzige Die funktioniert Ist ja die hier Und dann komm ich ja Hier rechts raus Und hier war ja War ja schon was Da oben war ich ja auch schon Hab bei dem Level Auch so lange gebraucht Die Stelle war gemein Kann man hier was sehen? Moment Moment Kann ich vielleicht So Röhren schieben Ne ne Vielleicht kann ich die wegschieben Haa Vielleicht müssen die alle gleich hoch sein oder so Das heißt, ich gehe hier hoch und dann springe ich weg damit alle gleich hoch gehen und jetzt Achso, die sind standardmäßig alle gleich hoch Aber hier ist ja kein Vielleicht ist hier einfach ganz simpel einfach ein unsichtbarer Block Vielleicht ist da oben in der Decke oder so ein Loch Ne, da komme ich aber auch so ran Okay, ich brauche einen Tipp, Chat Ich brauche einen Tipp Ich komme nicht mehr weiter Ich bin festgefahren Du musst das machen, was du links oben die ganze Zeit mit der Röhre gemacht hast Sie geschoben Aber die anderen konnte ich doch gar nicht schieben Also Die kann ich ja nicht schieben Also weg Also wenn irgendeine von denen nach links schiebbar ist Wie soll ich das managen, dass ich die schieben kann Während die anderen unten sind Ich meine, ich kann alle Das wird ja nichts bringen, die zu schieben Da steht ja was im Weg Vor allem das ist ja so Wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen will Diese Röhre nach links oder rechts zu schieben Dann muss ja die hier weg Oder die hier weg Aber wenn ich hier die hier weg mache Dann kann ich sie nicht schieben Weil die hier geht ja hoch Aber wenn ich sie nach rechts schieben will Dann muss die ja weg hier Aber die geht ja dann hoch Ich habe keine Ahnung Du musst über den Horizont hinaus Achso Was für Horizont In den kleinen Raum mit den Röhren Da kann man was schieben Ich hasse dieses Spiel Ich hasse dieses Spiel Ich bin immer noch kein Fan von diesen Rätsel-Leveln Absolut nicht Es ist einfach alles irgendwie so random Mit diesen Rätsel-Leveln Okay Was machen wir jetzt Gleich mal hoch Ja, ich bin über den Horizont hinausgewachsen In den Röink-Dünen Die Rätsel-Level sind alles Was ich bisher so wirklich sah Ja, weil ich die ganze Zeit Nur in den Rätsel-Leveln sitze Ich mache nichts anderes Weil die so schwer sind Oh nein, der hat voll Angst vor dem Goomba lauf Goomba tot Jetzt hier, Ricky Ein anderes Level Guck mal, der hat Angst Goomba lauf Wow Ich hätte laufen sollen Ich glaube, du hast keinen Geschmack, Ricky Okay, die töten bringt auch nichts Aber eine Münze Chobloon Bob Noob Dankeschön für 5 Monate Wieso gehe ich da nochmal rein? Weiß das jemand? Nein, ne? Ich auch nicht Ey, Trex Was geht ab, Mann? Boing 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 Die sehen so aus, könnte man die drehen Oder so Boing Gamer Die Rätsel-Level an sich sind ganz nett Es sind halt ein, zwei Münzen Dumm platziert Naja, die Münzen, die nicht dumm platziert sind, sind halt da Die sind nicht wirklich irgendwie smart platziert oder so Das sehen wir alles halt einfach nur Trial and Error Das ist das Konzept Depressionen gehen mies ab Oh, sick Oh, sick So, jetzt Kaboing 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 Sorry Cooper Manche müssen gehen, manche dürfen bleiben Und du gehst Und du gehst Jawollo Puzzle-Level in Mario Maker sind aber wesentlich besser Ja, Miyamoto hätte mehr Mario Maker spielen sollen Okay, jetzt ist alles in slow motion Oh mein Gott Shit War Who R B 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 Schade. Ich frage mich manchmal wirklich, ob Yamoto random ein paar Mario Maker Level gespielt hat und sich dachte, was ist das für eine Scheiße. Ich glaube, der hat sein Spiel gar nicht gespielt. Also nicht, nachdem es fertig war. Ich glaube, irgendwann, wenn du so als Videospielentwickler an einem Spiel arbeitest, jahrelang, ich glaube, wenn es dann draußen ist, dann willst du es gar nicht spielen. Du kannst es auch gar nicht spielen, weil du es halt nicht mit dem Auge siehst, wie ein Spieler das sieht. Und dann macht es dir auch irgendwie weniger Spaß oder so. Das ist genauso wie, als würde ich jetzt mich hinsetzen und irgendwie mir denken, boah, ich gucke jetzt meine alten Videos. Oder wenn ich ein Video fertig habe, denke ich mir, boah, let's go. Jetzt habe ich Bock, dieses Video mir die ganze Zeit anzugucken. Aber machst du manchmal hier? Ja, aber das mache ich ja wegen Unterhaltung und nicht, weil ich mir denke, ich habe Bock auf meine Videos. Ich sitze nicht irgendwie abends zu Hause auf der Couch und denke mir, boah, jetzt so ein Mario Maker Video von mir? Das wäre geil. Und so ist, denke ich mal, jetzt auch, ist natürlich nicht vergleichbar auf der Stufe so, aber kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen ähnlich ist, auch bei Videospielentwicklern. Die sitzen da nicht abends und denken sich, boah, jetzt? So, Miyazaki sitzt da nicht und denkt sich, boah, jetzt? Ja, okay, gut, bei Mario Maker, ja, okay, bei Mario Maker ist natürlich was anderes. Ja, true, true. Bei Mario Maker, ja, das ist ein besonderer Fall. Da spielt man ja nicht einfach das Spiel, was man gemacht hat. Man spielt ja die Level von Leuten, die die gemacht haben. Ja, 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 ja. Er schaut sein Video und nominiert sich selbst für Bestes Video 2.24. Wenn ich ein Video mache, kann ich das Thema und alle anderen Sachen im Video, selbst die Musik, nicht mehr geben. Ja, das ist, wenn ich so ein Video schneide, das ist dann ab einem Punkt auch so, es ist an sich, ich finde das persönlich für mich wichtig, am Ende das ganze Video am Stück einmal zu schauen, bevor ich es halt hochlade, um zu gucken, wie es so im Gesamten wirkt. Weil man ja, wenn man so ein Video schneidet, dann schneidet man ja immer so, also so gehe ich jedenfalls voran, dass ich immer so einzelne Passagen immer schneide. Ne? Und die dann zum Beispiel zusammen aneinander packe. Und dann, danke schön für 13 Monate. Danke, danke. Zum Beispiel jetzt wie beim aktuellen Video mit den sieben PS2-Spielen. Da habe ich ja auch diese PS2-Spiele als einzelne Segmente geschnitten und dann zusammengepackt. Aber ich will ja trotzdem dann am Ende noch mal sehen, wie das gemeinsam so als ganzes Video wirkt, wenn man das am Stück schaut und nicht einzelne Segmente. Das ist aber dann so richtig anstrengend, sich das anzuschauen, weil man ja diese Segmente schon tausendmal gesehen hat beim Schneiden. und dann will man die ganze Zeit skippen. Duck-Hochsprung! Okay, let's go. Einfach zweimal anschauen. Zweifach Geschwindigkeit anschauen. Ja, aber das ist ja dann nicht das, was die Leute dann zu sehen bekommen. Ich will ja dann das quasi sehen, was die Leute auch sehen. Um das als Ganze noch mal zu sehen. Wobei, es gibt... Viele Leute schauen ja auch Videos in doppelter Geschwindigkeit, ne? Immer. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch, oder? Hätte ich beim Runterfallen machen müssen. Oh, nee, ich komme noch hoch. Easy. Die Wüstenwelt findest du am besten? Hier drüben. Als Hobbyautor lese ich auch nicht meine eigenen Bücher, weil man das schon kennt. Ja. Aber an sich ist das ja wichtig. Wow. An sich ist das ja schon irgendwo, irgendwo wichtig, seine eigenen Werke mit seinen eigenen Werken sich irgendwo auseinanderzusetzen, ne? Weil, um sich halt dann zu bessern vielleicht, oder so. Komme ich da jetzt nicht mehr ran, weil ich jetzt klein bin? Komme ich da jetzt echt nicht mehr ran, weil ich jetzt klein bin? Wow. Wow. Video ist in doppelter Geschwindigkeit. Warum? Ja, weil man nicht ewig Zeit hat, ne? Und dann hast du so ein 30-Minuten-Video. Und du könntest dir theoretisch in 30 Minuten, zwei 30-Minuten-Videos anschauen, wenn du es doppelt so schnell schaust. Was aber einem so ein bisschen auch das Schauen dann auf Dauer kaputt machen kann. Perfekt. Mein Gameplay ist einfach ein Traum. Weil du kannst nie wieder was normal schauen. So geht's mir, nachdem ich Hochzeitsbilder bearbeitet habe. Hundertmal das Gesicht bis dahin gesehen, geht dann nicht mehr. Schiebe die Bilder danach auf die externe Festplatte. Weg damit. Schöneres Hintergrund. Schöneres Desktop-Hintergrund. Jetzt bin ich wieder groß. Jetzt kann ich zurückgehen. Ah, hier sind Platten. Wow. Wow. Okay, so geht's nicht. Kann ich dabei gehen? Ich kann dabei auch gehen. Okay. Komm ich zurück? Theoretisch. Mitlaufen? Oh, die Münze ist ja doch weg. Ah ne, die links war nicht weg. Oh, ich bin dumm. Die links war nicht weg. Mein Gehirn würde platzen, wenn ich zweifache Geschwindigkeit schauen würde. Ja, ich tue es auch nicht. Manchmal mache ich das in in 1,5-facher Geschwindigkeit. Aber eher so bei Dingen wie zum Beispiel jetzt irgendein Tutorial oder sowas. Ich will mir kurz irgendwas, ein Tutorial anschauen oder sowas. Aber wenn ich irgendwie so Videos schaue aus so Unterhaltung, dann nee. Dann normale Geschwindigkeit. Ich habe auch früher Videos öfters so geschnitten, dass ich sie in... Nein! Ich bin so schlecht. Ich habe nicht genug aufgeladen. Ich habe früher Videos auch so geschnitten, dass ich sie in doppelter Geschwindigkeit geschaut habe beim Schneiden. Aber das hat so gebackfired. weil... Wenn du dann das Video in normaler Geschwindigkeit schaust, dann fühlt sich das Video so extrem langweilig an. Und man findet dann automatisch das Video scheiße. Dann habe ich es mir irgendwann abgewöhnt. Weil das hat mir dann den ganzen Spaß genommen. Ja, Sprachnachrichten bei WhatsApp kann manchmal auch backfeiern, wenn man das in schneller Geschwindigkeit sich gönnt. Weil manche Betonungen oder manche... Also vor allem, wenn es irgendwie darum geht, ähm... Wenn man nicht einfach nur so quatscht, sondern vielleicht geht es gerade um irgendwie was Seriöseres, wo es vielleicht ein bisschen emotionaler ist oder so und man spult das vor. Dann kann man manche Töne, manche Wörter dadurch anders wahrnehmen und es klingt dann vielleicht ein bisschen schnippischer oder... Es klingt dann falsch. So. Und dann nimmst du es vielleicht anders wahr, als es eigentlich von dem Absender gedacht ist. Ich check's nicht, wie ich das hier machen soll. Und ich bin gleich Game Over. Und ich muss jedes Mal zurück, um die Münze zu holen. Wirkst du das eigentlich auf die Watchtower aus? Ich hab keine Ahnung, man. Aber ich denke nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Tut es das? Echt? Ich dachte, bei Watchtower geht's darum, einfach nur, wie viele Minuten du geschaut hast und nicht wie schnell du diese Minuten geschaut hast. Okay, mit Rutschen. Rutschen ist es. Rutschen ist es. Ja, Rutschen ist es, Leute. Rutschen ist es. Wenn man zum Beispiel auf 0,5 schaut, hast du mehr Watchtime. Also es geht dann nicht darum, wie viele Minuten man gesehen hat, sondern wie lange man das Video laufen gelassen hat. Das ist ja auch weird. Das ist echt komisch. Alle Videos auf 0,5 Geschwindigkeit schauen, ja. für den Support. Tanze Musikraum. Jetzt zurückspulen, das ist ja was anderes. Klar, wenn ich 15 Mal ein 3-minütiges Video anschaue, dann habe ich halt 45 Minuten das geschaut. Das ist ja klar. das verstehe ich ja. Wow, was ein tolles Level. Krasses Level. Jetzt schau ein 3-Minuten-Video auf zweifacher Geschwindigkeit, also auf 1,5 Minuten, dann kommen die Personen auch nur 1,30 Sekunden Watchtime. Ja, ja, aber ich verstehe schon hier, was du meinst. Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so berechnet wird, weil im Grunde hast du ja trotzdem 3-Minuten-Video gesehen. Auch wenn du es schneller geschaut hast, du hast ja nicht vorgeskippt und so und das sind ja trotzdem eigentlich immer noch die 3 Minuten. als Videolänge halt. Shiva, du musst gehen. Ist bestimmt auch schon irgendwie veraltet. Der YouTube-Algorithmus und alles, was dazu wichtig ist und so gefühlt, ändert sich auch jede zweite Woche. Nicht mal die Leute, die bei YouTube arbeiten, wissen, glaube ich, wie er scheiß funktioniert. Das Tor öffnet sich, nicht, wenn du alle Gegner besiegt hast. Bist du besonders schnell, erhältst du zusätzliche Belohnungen. Okay. Da stand irgendwas von Ich brauche Freunde. Ich will den Elefant. Wo sind die Gegner? Ja, da stand von wegen irgendwas Yo, mit Freunden geht's schneller oder so. Ja, Elefant stark. Mit Elefant kann man die umdrehen. Welche Freunde? Ja, ich mache online und dann kommt ihr rein. Wow, 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 wow. Wir entspannen uns. Gah! Also hier werde ich definitiv keinen Preis gewinnen. Ey! Er kommt nicht raus. Er kommt nicht raus, wenn ich zu nah dran bin. Ja, er war eh von zeitlich eh scheiße. Egal. Parasozialen Freundschaften sind die besten. Parasozialen Freundschaften sind immer noch besser als gar keine Freundschaften. So! Ah! Hey, hey! Nimm doch sein Ding da. Nein, nichts gebuntert, Butter! Ich bin so schlecht. Kann ich sie jetzt einfach wegrüsseln? Okay, mit dem Rüssel komme ich natürlich nicht hoch, ne? Wie sie mit dem Topf da steht. Okay, ich kann die wegrüsseln. Oh, oh, oh! Nein! Ey, ich hasse ihn. Der da oben ist der Schlimmste. Ich kann halt die Wurfweite voll schlecht einschätzen, Mann. Ich check nicht, wieso Mario One der Elefanten hat. Ich weiß es auch nicht, Mann. Ich kann es dir auch nicht sagen. Das habe ich vorhin auch schon im Chat gefragt. Was wohl die Idee dahinter war. Ich meine, ja, Elefanten sind cool, aber... Die lieben sich. Elefanten sind cool und so, aber... Ob es da irgendwie einen tieferen Gedanken war. Vielleicht haben diese Pflanzen... Vielleicht haben Elefanten irgendwas mit psychedelischen... Pflanzen an sich? Furry Porn. Ja, aber wenn sie Furry Porn forcieren wollten, dann hätten sie doch lieber irgendwie... Fuck. Sieben Sekunden. Sieben Sekunden zu langsam. Wenn sie das... Wenn sie darauf abgezielt haben, dass Leute da sich eine drauf wichsen und ganz viel Fanarts machen, dann hätten sie ja irgendwie sowas wie Wolf oder Fuchs machen müssen. Wieso dann fucking Elefanten? Oh, Elefanten sind laufende Gießkannen wegen den Blumen. Oh, das gefällt mir. Der Gedankengang gefällt mir. Stimmt. Stimmt. Es geht ja die ganze Zeit um Blumen und Blumen gießen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das nehme ich. Das nehme ich als Erklärung. Das Farbwechsel-Labyrinth. Ist überhaupt Elefant... Willkommen! Sind überhaupt Elefanten überhaupt in der Furry-Szene ein Ding? No! Da war jemand drin in einem Pot. Leute sexualisieren doch sowieso. Ja, bei Nintendo erst recht. Ach so, da oben der Knopf. Bei Nintendo ja eh. Also sie hätten auch egal was machen können. Die Fans hätten das alles sexualisiert. Ich merke ja hier in den, äh... In den Nintendo-Streams merke ich ja immer, wie fucking horny alle sind. Da mal viel Glück! Schlüssel? Knopf? Ach, da ist wieder einer drin gewesen, Digga! Du machst das toll! Ja, ich mach das richtig toll. Ich mein, ich hab hier alle möglichen Spiele gespielt. Und nirgendwo war der Chat so horny wie bei... Oh, das Ende. Äh, nirgendwo war der Chat so horny wie bei Zelda und Mario. Nirgendwo war der Chat so horny wie bei Zelda und Mario. Ich hab's hier. Ja, das war der Chat so horny wie bei Zelda und Mario. Ich kann ihn nicht treffen. Vielleicht muss ich ihn da oben treffen. Scheiße. Nein, das war wieder zu weit schon, oder? Nein. Er kann durch Blöcke. Jetzt. Nee, so geht's auch nicht. Ah! Achso, ich mach hier einfach auf. Ich bin so dumm. Ich hab gar nicht gecheckt, dass ich es aufmachen kann. Lul. Komplitter Trottel. Ja, irgendwie hab ich das gerade wahrgenommen als als eine normale Wand, die sich erst öffnet, wenn man ein Rätsel löst, oder so. Äh, Scheiße. Äh, Scheiße. Junge, diese scheiß Pötter. Ich will einfach nur durchsprinten und muss die sammeln die ganze Zeit aus Versehen Pötter ein. Das hat lange gedauert, ja. Bin dumm. Wolltest du das hören? Okay, ich bin dumm. Wer sein? Woher? Boö! 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 Oh, was ist denn da unten? Boö! Aha. Aha! Eine Tür. Ich glaub, das liegt an Sonntag. Sexual Frustration oder so. Nee, 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 nee. Wieso sollte man sonntags mehr sexuell frustriert sein als an anderen Tagen? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ich bin immer sexuell frustriert. Ach so, man kommt hier nicht so hoch. Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. I guess wir gehen wieder oben lang? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Herr Specht. Du nimmst teil an einem nicht schlecht seien Turnier und dein Gegner ist Herr Specht. Ich bin sonntags immer hasserfüllt. Und dann schaltest du immer hier ein, um runterzukommen. Ist der Vorname von Specht etwa Schluck? Vielleicht hat man das ganze Wochenende versucht, einen ONS zu finden. Oh. Und hat es nicht geschafft. Was ist ein ONS? Oder es gibt dafür keine Ausrede und Nintendo-Fans sind einfach alle fucking horny. Nintendo-Fans wollen irgendwie alle Nintendo-Charaktere immer ficken. Und stellen sich immer Sex mit Nintendo-Charakteren vor. Nicht alle, aber viele. Ali-Alo! 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 Test's nicht Da ist ne Green Flag. Vielleicht kenne ich das ausgeschrieben. Was heißt er denn ONS? Onanir... Onanirnicht-Sonntag! Steht oben? Ach, One Night Stand! Ah! Ja gut, ich hatte noch nie in meinem Leben eine One-Night-Stand. Also, wenn ich mir Mopsi anschaue, dann fällt es mir schwer, mich zurückzuhalten. Da bin ich doch mit offenen Augen eingeschlafen! Jetzt bin ich hellwach! Warum braucht jeder Scheiß eine Abkürzung? Naja, weil es halt schneller geht. One-Night-Stand ist halt schon ein langes Wort. Da kannst du einfach O-N-S. Ohne Onanieren nicht Sonntag. Bam-bam-bam. Bam-bam-bam. Mach eine Nüme-Umfrage. Was? Ich find die Nachricht nicht. Ich hab hochscrollt, find's hier nicht. Irgendwas mit Umfrage. Die Thread öffnen. Mach eine Nüme-Frage, wer schon mal zu Nintendo Chars onaniert hat. Ja, hundert Prozent. Ja, hundert Prozent. Alle im Chat. Alle. Alle. Die Frage ist, wer hat zu Dixi Kong onaniert? Das wäre eine interessante Umfrage. Das wäre eine interessante Umfrage. Red Flag wäre nicht. Halt wirklich. Real Talk. Da ist was. Eine Röhre. W5 Fungimine. Wo bin ich? Aber die Frage ist nicht, wo er ist. Die Frage ist, wo ist Kazooie-Chat? Ja, danke. Danke. Eben war er noch da. Und jetzt ist er weg. Bekomme gleich Besuch und würde den Stream gerne anlassen. Also dürfen wir nicht mehr über onanierend zu Nintendo-Charakteren sprechen? Jetzt erst recht. Du kannst ja gleich deinen Besuch fragen, ob die Person mal früher oder aktuell noch masturbiert zu Nintendo-Charakteren. Hau Rock! Hau Rock! Wer ist der denn? Egal wer ist, er ist tot. Was bringt es mir hier hoch zu klettern? Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Achso, für die Tür. Ich habe die Tür gar nicht gesehen. Die ist so mit dem Hintergrund irgendwie für mich verflossen, verschwommen. Ich habe das gar nicht erkannt. Okay. Kann ich den hier schieben? Hey Jerry, Fisch. Was geht ab? Junge, wie riesig sie ist. Der ist ein cooles Level. Scheiße, ich habe Balkon zugemacht, aber nicht Heizung angemacht. Ich muss nochmal aufstehen. Noch ein Elefant. Okay, dann muss ich jetzt auch hier füllen, dann geht die Tür auf. Tatsächlich. Ich hole mal kurz den Spaß hier ab. Und dann checken wir mal die Tür ab. Ich denke mal, das ist eher die Bonus-Tür als die andere. Für die muss ich arbeiten, für die andere nicht. Ah, okay. Alastor, Dankeschön für 27 Monate. Er schiebt für mich. Da kommt einfach ein goldener Bowser. Dicks out for Bowser. Die Wand hat sich bewegt. Die Wand hat sich bewegt. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Hey, hey. Oha, wie stark Daisy einfach ist. Oh no, der Arme. Das ist einfach Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 2. Wo diese komischen Typen in den Schildern stehen. Und du musst gegen schieben. Und dann schreien die immer so. Oder so. Ich kann den Schrei nicht. Aber der Schrei ist so gut. Legendärer Schrei. Da ist meine. Mein Samen. Let's go. Daisy ist ein Tomboy. Mit Daisy, was? Mit Daisy blockst du? Blockst du, by the way, nur noch mehr horny Leute an? Nee. Das mache ich mit den Elefanten hier. Da kann ich egal welchen Charakter spielen. Okay, ich muss eine Tür zusammen basteln. Aber du hast dich wohl jetzt gerade geoutet, dass du Daisy ziemlich hot findest. Haha. Hæh. 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 Bocat, meint ihr, wir kriegen im nächsten Mario Kart? hat? Die sprechende Blume als Fahrer? Wieso sagt ihr direkt nein, obwohl ihr mir gar nicht zugehört habt? Arschlöcher. Oh, da ist was. Okay, muss ich dann einfach nur einen Block reinschieben. Du hast schon bei Nächste Mario Kart verloren. Wieso das denn? Nächste Mario Kart gehe ich voll rein. Wir machen hier ganz viel Mario Kart dann, Chat. Auf der Switch 3. Ist das eine Warp Zone? Kann ich direkt ins Welt 8 gehen? Junge, ich dachte, ich fall da jetzt noch rein. Ich hab Secret Exit gefunden. Wunderbar! Ich hab's getan. Und die andere gibt's wahrscheinlich für das normale Exit, ne? Die andere rüber. Okay, das müssen wir jetzt noch mal kurz testen. Was krieg ich dann in anderen Ausgang? Ist das wirklich so wie bei anderen Mario-Spielen, dass man so mehrere Exit hat? Sogar die Türanimationen ändern sich bei den Elefanten, merk ich gerade. Aber krass, ne, dass irgendwie kein Super Mario nach World... Nach World... Ach stimmt, ich muss das anders. Dass kein Super Mario nach World irgendwie so eine geile Overworld hatte, oder? Dass die irgendwie gar keinen Anspruch mehr hatten, irgendwie so eine Overworld zu machen, oder? Wofür auch die Mutti mit ihren drei Belagen kauft's eh? Ja, aber die... Ich mein, die Mario-Spiele ändern ja oft so die Formel und mal bringen irgendwas Neues rein und so. Aber die Overworld ist immer gleich lame. Außer in 3D... Äh, 3D World. Außer halt in... Ne, da muss ich nicht hin. Außer halt in Mario World. Und die haben das nie irgendwie so ähnlich gemacht. Oder irgendwie versucht da irgendwie sowas zu machen. Kann ich den da reinschieben? Oh, hier ist was. Du hast mich gefunden. Du hast mich gewonnen. Bup. Bup. Die Blumen macht mich fertig. Ich finde die Blumen super. Als das Spiel rausgekommen ist und alle hier in den Mario-Marathon reingekommen sind und mir gesagt haben... Ja, das Spiel ist voll geil, man. Aber die Blume, die ist echt nervig. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich liebe die Blume. Die ist wundervoll. Die ist das Beste an einem Game. Halt die... Halt wirklich. Die ist super. Dann bin ich das Problem. Nicht nur du. Viele Leute haben mir das geschrieben gehabt. So, habe ich jetzt einen anderen Weg? Ne. Okay. Es gibt nicht mehrere Exits. Also es gibt mehrere Exits, aber die verschiedenen Exits führen nicht in verschiedenen Wegen in der Open World. In der Open World vor allem. In der Over World. Mario kann sterben. Die Blume soll ein Franchise bekommen. Halt wirklich. Junge, das sind ja Luftballons. Die machen sogar diese Geräusche. Nein! No! Ich habe zu spät mein Fallschirm rausgeholt. Ich habe schon mehrere Sprachen durchprobiert. Wir bleiben bei Deutsch. Ja, ein Versuch war es wert, okay? Wieso reden deine Chat-Teilnehmer so wie TikTok-Synchronsprecher? Wie die mich auch angucken. Oh, was? Ich dachte, der Fallschirm ist noch aktiviert. Also wenn Nintendo ein Blumenspiel macht, wäre es geil, aber ich würde es nicht spielen. Klasse! Scheiße, da oben. Da oben ist sie. Ist was, ne? Oh ne, da ist was. Jo! Hä, wieso? Ja, Digga, jetzt Nintendo. Die meisten Nintendo-Spiele jucken mich nicht. Das ist hier gegen so eine Kindergarten-Scheiße. War das nur ein Traum? Juso-Emulator wird doch bald weggesuit. Wenn die überhaupt das gewinnen können. Aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nintendo versucht ja jetzt rechtlich gegen den Emulator vorzugehen. Richtig wild. Nein, das ist ne Münze. Die kann ich noch haben. Die krieg ich noch. Die wollen ja jetzt irgendwelche Leute finden, die das irgendwann mal gebastelt haben oder so. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja irgendwie eh nur Open Source. Und es gibt nicht wirklich irgendwie so einen festen Entwickler. Und, äh, ja. Ist wild. Am Emulator ist halt nichts, was man verklagen kann. Du brauchst immer noch ne Switch, damit das funktioniert in Theory. Ja, ich kenne mich damit halt nicht so aus, was man genau daran jetzt verklagen kann. Weil an sich ist das ja nur ne Software. Selbst gemachtes Software. Die ja im Grunde nichts mit der Switch an sich ja zu tun hat. Es gibt ja nicht irgendwie auf der Switch eine Software, die die Emulator-Hersteller irgendwie genommen haben und einfach sie auf PC gepackt haben. Sondern es ist ja quasi ein komplett eigenständiges, komplett eigenes Programm, was gemacht wurde, um Switch-Spiele abspielen zu können. Aber sie haben ja nicht irgendwie eins zu eins sowas rüber kopiert oder so, ne? Also, ich bin aber auch nicht so drin in diesem Emulator-Game. Deshalb, ich habe keine Ahnung, wie das genauso funktioniert. Aber ich glaube, das ist ja nicht. Das ist genau so ein Game Boy Advance-Emulator. Da haben sie ja auch nicht die Software von Game Boy Advance rübergenommen auf PC. Sondern es ist ja auch eine komplett eigene, geschriebene Software. Proxinator, danke schön für elf Monate. Ja, ja, diesen Key ist ja quasi sowas wie so diese Firmware-Shit. Sowas wie bei damals bei den PS1 oder was heißt damals immer noch bei den PS1-Emulator, zum Beispiel diese BIOS-Datei oder sowas. Das ist ja dann quasi das, was das Illegale ist. Dass du quasi da einen Teil aus diesem Gerät da rausnimmst. Aber an sich, der selbstprogrammierte Emulator, dieses Programm, klaut ja nichts oder macht etwas nach. Das ist ja so gesehen ein komplett eigenständiges Ding. Nintendo wird irgendwann noch wegen Game Boy-Emulator verklagen. Ja, ist zu wild. Ist zu wild, dass sie das... Keine Ahnung, mal gucken, ob sie damit durchkommen können oder so. Also, Chat, schnell User-Emulator runterladen, bevor es runtergenommen wird. Schnell. Schnell. Abzeichentest. Unsichtbarkeit. Das sieht einfach aus einem Plektrum aus von Gitarre. Deine Spielfigur ist nicht mehr zu sehen und kann daher auch nicht mehr von Gegnern aufgespürt werden. Was ist das denn? Okay, ich sehe mich doch. Ich dachte, sie sehen mich jetzt selbst auch nicht. Okay, was ist das denn für ein wildes Upgrade? Okay, aber jetzt auch nicht so mächtig, weil... Ich meine, die meisten Gegner laufen eh nur dumm rum und sind als... Äh, als Hindernis gedacht und nicht unbedingt als etwas, was dich angreift, äh, aktiv. Der war ja zuerst jetzt ein besonderes Beispiel, ja. Aber die meisten Gegner stehen ja nur rum oder laufen von links nach rechts hin und her. Schon irgendwie ein dummes Upgrade. Vor allem, ich sehe mich jetzt auch gar nicht mehr. Vorhin habe ich mich noch gesehen. Jetzt sehe ich mich nicht mehr. Vorhin habe ich noch meinen Schatten so gesehen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Na unten. Mr. Robot ist unschlagbar. Corporate kann uns gar nichts. Mr. Robot war eine geile Serie. Mein Besuch ist da, habt ihr Fragen. Ähm, welchen Nintendo-Charakter würdest du daten? Welchen Nintendo-Charakter würdest du heiraten? Und welchen Nintendo-Charakter würdest du töten? Das ist meine Frage an deinen Besuch. Nintendo verklagt Roms und Emulator-Ersteller bedienen sich aber selbst an Roms, welches von den ROM-Seiten kommen, weil sie die originalen Dateien selbst nicht mehr haben. Ist das so? Ist das so? Ja, echt? Woher weiß man das? Haben die das selbst gesagt? Oder haben dann irgendwie Leute das per, per... Per Data-Mining herausgefunden? Hat man dann Data-Namen gesehen? Und wie inwiefern... Also wie, was genau hat das da verraten? Was stand im Dateienamen, dass man wusste, dass es von der ROM-Seite kommt? Wir sind wieder in der Special-World! Machen wir alles später, ne? Bei Roms ist ja oft Werbung im Namen. Aber die haben das doch rausgenommen, oder? Die werden doch nicht da irgendwie eine Datei haben, die dann irgendwie so heißt, keine Ahnung, Advance Wars 2-GBA-Roms-Komm oder so. Das werden die noch nicht so eins zu eins auf ihre Konsole hochgeladen haben. Das wäre ja komplett... Also... Das wäre ja komplett lost. Junge. Wir reden hier von Nintendo. Aus Versehen noch von kleinen Timmy den Safe-State mit reingenommen. Start ist das Spiel, da ist einfach mal irgendein Safe-State noch drin. Palast der wolkenlosen Wüste! Let's go! Timmy's Safe-State ist jetzt Canon. Boah, imagine... Imagine... Irgendwie... Ähm... Sie hätten eine ROM genommen von irgendeinem Spiel, was sie halt nicht mehr haben, die Dateien dazu, haben das dann genommen, aber das ist eine ROM, wo irgendwie der Uploader, ähm, da irgendwas an der Mod geändert hat, oder so. Irgendwie von irgendeiner Figur die Farbgebung oder irgendwo an einer Stelle oder sowas irgendwie einen Text verändert oder sonst was, oder so. Und die haben das einfach übernommen und das ist jetzt für immer so fest und keinem fällt's auf. Mich juckt's eher, dass man die Spiele nicht legal kaufen kann. Das Tor ist geschlossen, kannst nur über überteuertes Abo-Modell haben. Ja, das ist ja der Plan von denen. Das ist ja deren Plan, ne? Okay, Spawn direkt in mir. Ich meine, es ist ja an sich deren gutes Recht, es sind ja deren Spiele, so, ne? Ich meine, natürlich, es ist null-consumer-freundlich, aber... Ich meine, es sind ihre Spiele. Die können halt mit ihren Spielen machen, was sie wollen, I guess. Aber ja, einen Emulator wegzubannen, ist schon sehr weird. Das ist schon kinda weird. Irgendwie vielleicht eine ROM-Seite wegzunuken, okay. I get it. Aber einen Emulator? Ah! Ich meine, es ist an sich... An sich für die smart, wenn die das schaffen durchzukriegen, ne? Wow. Wenn die es schaffen durchzukriegen, dass der Emulator weg ist, dann haben sie mit so den bekanntesten, populärsten... Äh, Switch-Emulator weg. Und dann ist es halt, sag ich mal, schwieriger dann irgendwie an den Emulator ranzukommen. Und dementsprechend auch schwieriger vielleicht ihre Spiele zu piraten. Piraten, Alter. Aber auch wenn, ich denke mal, das wird nicht lange dauern, dann kommen irgendwelche Leute und machen ein neues Ding. Oder vielleicht wollen sie gar nicht, dass... äh, generell einfach nur Jusu loswerden, damit Leute weniger piraten, sondern vielleicht wollen sie damit einfach nur ein Statement setzen. Vielleicht wollen sie einfach damit nur ein Statement setzen, damit Leute in Zukunft, ähm, mehr Angst haben. Zu piratisieren und... sowas zu erstellen. Okay, fick dich. Dass man dann sagt, okay, wenn wir jetzt sogar Emulatoren, wo die Sache immer eigentlich recht safe war und niemand da Angst hat, irgendwas damit zu machen, wenn wir sogar das jetzt anfangen wegzubannen und vielleicht sogar, äh, anfangen, die Leute dafür zu suhren, in krassen, krass hohen Geldsummen, dann kriegen das Recht, Leute, Angst. Modder Angst, sowas zu basteln, ne? Und das jetzt schön vor Switch 2 Release, so ein bisschen Panik schüren unter den Moddern. Wenn es bei den Richtern und geschworenen Leuten äh, gibt, die sich mit der Materie nicht auskennen, kann das, äh, kann das Ding schnell runtergehen. Vor allem nicht nur, äh, nicht nur das, sondern eher, dass, wenn jetzt plötzlich bei dir ein Brief reinflattert, von dem Anwalt von Nintendo, bei dir, dem normalen Kekko, der nicht irgendwie, äh, einen Anwalt hat, der nicht super reich ist, um sich einen krassen Anwalt zu holen. Digga, bevor du dich da mit dem ganzen Papierkram anlegst, dir einen teuren Anwalt holst und so, du wirst sagen, okay, ich, ich bück mich. Ne? Aber ja, bei dem Fall ist es ja auch ein bisschen schwierig, das nachzuverfolgen, I guess. Aber irgendjemand werden sie finden, weil es ist ja, wie gesagt, open, open source. Es ist ja open source, ne? Dementsprechend, da haben ja mehrere Leute dran gearbeitet. Viele vielleicht sogar anonym und so. Und die können theoretisch da jetzt einfach random vielleicht irgendjemanden nehmen und den auseinandernehmen. Pah, ihr schon wieder! Der sich dann nicht mal wehren kann, weil er dann für gar kein Geld hat und nicht das Knowledge hat, um sich da zu wehren. Und dann einfach, ja, einfach hinnimmt, weggesuit wird und das war's. Und dann gibt's halt ein Statement von Nintendo quasi mit der Aktion. Rechtsschutzversicherung, wichtig und richtig. Glaubt er, die Morder lachen Nintendo aus. Bis auf den einen, der erwischt wurde. Ich hatte so viel Spaß dabei, im Wasser zu planschen und jetzt ruiniert ihr mir wieder alles. Ach, egal. Bald gibt es nämlich ein großes, böses Wunder und dann gehört Papa die ganze Welt. Wenn ihr also clever seid, gebt ihr jetzt einfach auf. Und falls das nicht freiwillig geschieht, zwinge ich euch. Ich hatte hier den Delfin mitnehmen sollen, den Delfin, das Delfin-Upgrade. Yeah! Wie süß er schwimmt. Echt? PlayStation hat auch mal versucht, so ein, ähm, einen Emulator loszuwerden? Wann war das und welche Emulator überhaupt? Er schießt einfach sein Gebiss. Jo, jetzt ist es oben. Jo, tue ich, Emeraldo. Auf meinem VOD-Channel gibt es auch schon zwei Videos zu Minecraft. Zu dem SMP-Server. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Wunder, 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 Wunder. Hä? Wieso war das jetzt kein Treffen? Okay. Ich glaub, Connectix Corp oder so. Was ist denn Connectix Corp? Ich dachte, es geht jetzt irgendwie um einen PS1, PS2-Emulator oder sowas. Was ist Connectix Corp? Königssamen erhalten! Nein, nicht der Prinz! Nicht der Prinz! Und so beobachten Daisy und der Prinz. Achso, ich dachte, der Prinz wird jetzt weggeheated zum Bowser oder sowas. Ja! Ich mach mal kurz Heizungen. Du hast noch mal wieder einen Schuss in den Ofen! Connectix Virtual Game Station war ein Playzie-Emu. Okay, kenn ich nicht. Leo Fleur, danke schön für den Satz. PlayStation Mini läuft, by the way, mit Emulator, den sie einfach genommen haben. Na, stark. Ich mein, theoretisch, wenn das so ein Open-Source-Programm ist, so ein Emulator ist, dann hat wahrscheinlich auch niemand die Rechte daran. Und dann kann theoretisch jetzt auch Nintendo oder so zum Beispiel den User-Emulator nehmen und daraus dann irgendwie was machen. Weil das hat ja an sich keiner Rechte daran, oder? Bup, 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 bup. Ja, die Welt hat mir letztes Mal, glaub ich, noch geöffnet gehabt, oder? Ne, das ist die wolkenlose Wüste. Da war ich. Moment, ich war hier unten. Äh... Hier. Ja, genau. Die Fungi-Minen. Die hab ich schon letztes Mal, glaub ich, geöffnet. Weil ich dieses Level hier gemacht habe. Und dann bin ich da kurz reingelaufen, hab mir das angeschaut. Du, 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 du... Einfach Patent sichern. Ja, aber wenn du dir dann Patent sicherst, dann bist du wahrscheinlich dann in ne... Machst du dich halt... Stellst du dich halt auf die Abschlussliste, ne? Erst recht. Und dann für so ein Fall wie jetzt zum Beispiel mit... Mit dem Jusu, dass wenn du da irgendwie ein Patent drauf hast, oder so... Und dass da Nintendo kommt und dich erst recht wegsuit, oder so... I don't know, ich hab keine Ahnung, man. Okay, die Brücke geht hier noch nicht, die müssen wir jetzt aufmachen. Und dann... Freundlicher Poplin-Haus. Poplin. Ui. Ui. Scheiße. Was war da gerade? Moment. Das funktioniert... Das funktioniert... Okay, das funktioniert in jedem Level? Was ist denn Jusoni? Davon gehört... Mit Z wird das geschrieben. Ist ein Switch-Emulator. Hab glaub ich damit auch einmal gestreamt. Einmal? Ich glaub nur einmal. Ich bin allein zu Hause. Ich bin allein zu Hause. Ich fühl mich so einsam. Oh. Sag das nicht gleich, komm Nintendo. Scheiße. Scheiße. Ne, ich hatte... Das war ja in dem Dingens-Race. Ähm. In dem Tipsy vs. Keggy-Race. Da hatten wir ja BOTW geracet. Ähm. Und... Ich hab halt nur eine Switch. Und nur... Ne, das Problem war nicht eine Switch. Das Problem ist eine Capture Card. Und dann lief halt eine Version über die normale Switch. Und die andere Version über Yuzu. Yuzu Schmusu. Alle wollen sie Geld von mir. Generations Ultimate läuft auf der Switch selbst nicht. Äh. In 60 Frames? Nein, ich will's nicht anlegen. Scheiße, ich hab irgendwas angelegt. Jetzt geh doch. Ich hab mir irgendein... Radar angelegt. Ja, ich dachte, weil es halt ein älteres Spiel ist. Vielleicht geht's dann da besser. Äh. Wo waren immer die... Hier. Ähm. Er spüre wichtige Items in der Nähe. Etwa Wunderblumen oder... Ah, okay. Das ist dann wahrscheinlich ganz nett für später, wenn ich dann irgendwie suche. Nach den letzten Wundersamen suche. Dass ich damit vielleicht dann die leichter finde. Junge, das sieht irgendwie alles aus wie so Gift. Aber ich glaub, das sind alles Pilzhüter, ne? Ist ein 3DS-Game. Ja, ja. Und deshalb dachte ich, vielleicht läuft das auf der Switch ja besser. Sind alles Fungi. Hier machen wir 6. Ja. Aber irgendwie sieht das geil aus. Schau mal rein. Wir holen's den hier. Rettungssprung. Fällst du in die Abgründe. Lava oder giftiges Wasser springst du einmal automatisch wieder raus. Oh. In den Level erscheinen Blöcke, auf denen du stehen kannst. Manche enthalten auch Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Aha. Aha. Das klingt ganz cool hier. Dieser Rettungssprung. Das klingt perfekt für dich. Das klingt perfekt für den Moment, wo du deine Schnauze halten solltest. So. Hier ist gar nichts. So viele Lava und Giftlevel gibt es nicht. Also ja, vielleicht jetzt in dieser Welt kommt vielleicht nur... Geisterstunde! Warum so toxisch? Er ist VIP. Ich hasse Geisterhäuser in Mario-Spielen. Ich bin gespannt, wie die Geister Schlösser in Wanda... ...neu interpretiert haben. Okay, ich glaub da ist ne Wand. Doch nicht. Aha. Na komm doch ran. Trau dich. Schachmatt! Dass man die damit einfach killen kann. Und die rennen, die rasen einfach rein in den Tod. Idioten. Ah, es geht dann überall Licht an. Auf der ganzen Map. Ich dachte nur in dem Bereich. Oh, die Tür ist ne Mimik! Wie sie auch noch schreit! Kann ich die dann benutzen? Okay, ne, die stirbt einfach. Ich dachte, ich kann sie danach benutzen, wenn sie gekillt ist. Ähm... Es sind sehr viele Türen hier. Doch, ich kann sie benutzen, wenn ich sie kille! Killer einfach. Kille, kille! Ich mein natürlich nicht killen, ich mein natürlich vernichten. Pure Zerstörung. Okay, fake. Fake. Alles... Die Türen sind alles falsche Schlangen. Alles falsche Schlangen! Leider seien die kitzelig. Also ich nicht. Blulululup! Da ist ein Daisy Block. Da ist... Ach so, ich kann hier stehen. Keine Ahnung, wo der Daisy Block herkommt, aber da ist einer. Ui, das macht Spaß! Arschloch. Einfach Arschloch! Ach... Aber wo ist der Wundersamen? Hm... Ich kann halt auch noch weiter nach rechts gehen. Wahrscheinlich ist der Wundersamen eher rechts. Hier kann ich zum Beispiel stehen. Ne, da ist ein Checkpoint. Ah, yeah! Hm... Aber die linke Tür ist jetzt so... zu... zu obvious platziert. Ah, ich bin doch richtig. Nice. So, jetzt wundersam im Geisterschloss. Jetzt bin ich gespannt. Was das wird. Juhu! König Buhu! Nächtliche Buhu-Opa! Nächtliche Buhu-Opa! Juhu! 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 Das war schon cool. Boah, das war super gruselig. Ich dachte kurz, Daisy ist vor Angst erstarrt, aber da war ein unsichtbarer Block. Hab mich eingeschissen. War gruseliger als alle gestrigen Spiele. Freitagsspiele, also diese Woche, also vorgestern. Gruseliger als Resi 7 auf jeden Fall. Krass. Bist schon ein ganz großer, ne? Hoch und runter im Pilzfrost. Obacht vor dem Baumgifttümpel. Düster Materie, berühren verboten, das klingt geil. Also nächsten Freitag nur Meister Geister... Meister Geisterhäuser, genau. Mario Geisterhäuser, ja. Wir machen... Wir können ja mal so einen Freitag, so einen Special Freitag machen. als so einen Themenfreitag machen, wo es nur um Mario Geisterhäuser geht. Oh, lol, Materie berührt. Oh, Materie berührt. Bitte nicht. Wieso hast du Angst? Hast du so sehr Angst davor? Was ist das für ein Fiebertraum hier? Kann man auch theoretisch so einsammeln? Oh, das geht auch. Stark. Boah, ich dachte, ich töte mich jetzt selbst. Wie der Screen auch so rund um dieses Zeug so ein bisschen wobbelt. Sieht schon cool aus. Irgendeine Röhre muss hier da funktionieren, oder? Oh, scheiße, da oben ist der Block. Da ist wahrscheinlich der Wundersamen drin. Ich hätte den Koopa dagegen werfen müssen. Ja, kurz einmal sterben? Hier ist noch einer. Doch nicht. Oder doch? Wo kommst du denn her, hä, Digga? Digga, was? Digga, was? Digga, was? Okay, ist nur für lila Münze. Was heißt nur? Ich bin bei der Woche fast beim Cap, ne? Irgendjemand meinte letzte Woche, man kann nur 999 lila Münzen haben. Ich bin fast beim Cap. Nein, hallo? Meine Münze einfach weg. Dann gib mal aus. Ja, ich kaufe ja immer die Samen für 100 in jeder Welt. Oh, lol. So simpel platziert. Aber ja, vielleicht muss ich mir auch ein paar Perks mal kaufen. Scheiße, da ist einer. Scheiße, den krieg ich nicht. baseball具 hat ich nicht. Er kommt, mich holen. Oh. corporость. Düddyd dumt. So und jetzt der Letzte hier. Oh. Got it. Was? Wieso bin ich jetzt herzlos? Was hab ich gemacht? Mein zweiter Name ist quasi Herz. Keggy Herz nennt man mich auch. Einfach Keggy Harry. Einfach Harry. Wupsi. Keggy Harry gefällt mir glaube ich besser. Die Blume sagt, lass mich nicht allein und du haust ab. Achso. Ja, die Blume ist ja gar nicht wirklich da. Die ist ja eigentlich nur in Daisys Kopf. Das heißt, überall wo wir ja die Blume treffen, die ist ja eigentlich immer bei uns dabei. Das ist halt dieser Parasit. Wir haben ja die ganze Zeit den Prinzen auf dem Kopf sitzen. Und der hat halt seine Wurzeln in Daisys Gehirn drin, durch die Ohren so rein und wie so ein Parasit besetzt er sie halt. Und verursacht, dass sie halt überall so Blumen sieht, die mit ihr reden. Ist wieder ein Kampflevel? Das ist auch einer der geilsten Songs im Spiel, der hier. Den musste ich auch in meinen zukünftigen Videos mal verwenden. Der ist nice. So geht's mir mit meinem Crush auch. Dass dein Crush wie ein Parasit ist. In deinem Gehirn. Und den siehst du dann überall auf der Straße oder so. Was ist mit dem einem wundersamen Song? Weiß nicht, was du meinst. Crush gleich Parasit. Ja, ist natürlich schwer zu beschreiben, wie der Song ging. Ja, schick Memo. Wie du singst. Die sind cool. Wir sind Dienen, Alter. Wie nein. Feige Sau. Junge. Komplett gestackt. Wo sind die hin? Die Jungs sind weg. Bestimmt ist der Wundersamen in dem Kürbis drin. So wie diese Pflanze. Ich hab's schon verpasst. Oh, soll das wie so ein Trampolin sein? Die Panik einfach direkt. Ey, warte auf mich! Alles egal, mit Fallschirm kommt man da hoch. Super! Super! Meins war safe. Was schickst du da? Ist das Ding so ein Furry Hentai, Alter? Ja, der ist geil. Der Song ist geil. Aber den Song, den ich vorhin meinte, den kann man halt ganz gut einbauen für so Hintergrundmusik, wenn man gerade redet. Der Song ist schon ein bisschen penetranter. Den könnte man, wenn dann, für etwas verwenden. Was geht denn hier ab, Alter? Tod. Kürbis hat mich besiegt. Wenn man den verwendet, dann muss es irgendwas mit Fokus auf Musik sein. Damit der schallert. Aber ist ja ein Banger. Ja, das stimmt. Geiler Song. Junge! Was macht ihr mit mir? Hi! Ja! 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 Ha! Ho! Prima! Ja! 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 David, mal incorrig. Schade. Das ist nicht spooky. Einfach Halloween-Level im Februar. Scheiße, wir haben März. Wo rennt die Zeit hin? Kurze Reality-Check, wir haben schon März. Wir haben schon März und ich habe dieses Jahr noch kein einziges Mal Sport gemacht. Verdammt. Obacht! Drei Sterne. Ja, E-Sport mache ich jeden Tag. Auf so einem Niveau, wie ich Videospiele spiele, das ist halt schon ein E-Sport-Level. Das stimmt wohl. Ich wünsche, du würdest die Reality-Checks in Zukunft lassen. Tut mir leid. Hallo, hallo. Junge, das Zeug da unten. Was ist das denn? Wie wild das aussieht. Ja, hallo. Hallo. Jetzt bin ich ganz allein. Er ist schon wieder allein. Er ist schon wieder allein. Nein! Der Song ist auch nice. Ja, generell. Viele, viele Songs in dem Spiel sind echt cool. Das ist einfach ein starkes Game. Red doch! Ui, 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 ui! Irgendwie habe ich es geschafft. Ah, da oben. Schade. Ich muss da hoch. Noch eins, was? Was, noch eins? Was? Stammattacke. Äh. Eins. Noch eins. Was waren die mit noch eins? Noch zwei. Die Gegner töten. Okay. 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 Interessant. Solche Wundersamen gibt es auch. Was? Was ist der Schwierigkeitsgrad dieses Levels? Verdammt, das war ja eine... Ich habe die Fragen zu spät gesehen. Das ist ja ein Quiz. In welcher Disziplin? Äh, Rennen. Ich habe es zu spät gecheckt. Verdammt. Das ist ja voll cool. Wie viele Aufsteller besitzt du? Ich habe nur... ...einen gekauft. Hä? Hä? Äh, wie viel platziert ich habe vielleicht? Keine Ahnung. Ich habe die immer aus Versehen platziert. Wie viele Blumenmünzke ist ein One-Up-Pilz im Laden? Fünf. Was kann man im Laden kaufen? Wundersamen, Superpilz, Königsamen. Wundersamen. Yay! Ich habe gewonnen. Äh, wie cool. Einfach so ein Random-Quiz. Ist schon sehr kreativ, das Game. Au! Zählt der Wundersamen jetzt als Gesammelte oder muss ich ihn nochmal sammeln? Ich glaube, ich muss ihn nochmal sammeln. Nee, ist grau. Wird aktiviert automatisch. Wir müssen nochmal ein Quiz machen. In was kann sich Bora vorm Reingraben Höhlen decken? Buh! Warum geht es im Zwischentest an den Güldenfällen? Schwimmen? Ich habe keine, was Güldenfälle sind. Äh, sehe ich über meinem Kopf? Biu! Ja, mir ist schon klar, dass Güldenfälle eine Welt ist, aber ich habe keine Ahnung, was das für eine Welt war. Dr. Bowser! Einfach Dr. Bowser. Einfach Dr. Bowser. Ich bin Dr. Bowser. Ich bin Dr. Bowser. Buh! Buh! Junge! Daisy, sei vorsichtig da vorne! Buh! 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 Ja, ich habe die Leine da oben nicht bekommen. Ich wollte ganz noch rum, aber egal. Braucht man nicht, braucht man nicht. Elf habe ich, ne? Ich brauche doch nur sechs, um weiterzukommen, oder? Wieso gucke ich in den Chat und ich lese irgendwas vom Prostata abtasten? Let's go! Bobbli-Ruinen! Ui, was ist das für ein Schleim? Was erwartest du eigentlich an einem Sonntag? Ja, true. Selbiges frage ich mich bei Wieso komme ich in den Stream und höre Prostata abtasten? Der Minecraft-Mann ist da. Allihallo! Allihallo, Deschke! Wie schmeckt das Zeug eigentlich? Wie schmeckt so eine Prostata, Deschke? Nochmal! Wie schmeckt so eine Prostata? Bung, bium, bium, bium. B�ung, bium, bium. Oh, scheiße! Der schon wieder! Der kann das Glibber kaputt machen! Nein, falsch Hier Danke Oh, das Glibber kommt wieder zurück Das Glibber level ist schon cool, ja Ich mag Glibber Kommt die Glibber Blase zurück Rotze ist das Ja, sieht irgendwie satisfying aus, ne Ich würde irgendwie gerne meine Hand da so durchziehen Oder essen, ja Ist so ein bisschen wie Wie, ähm Wie, ähm So dieser Waldmeister Götterspeise-Puddings Einfach geil, ne Seit 100 Jahren schon nicht mehr gegessen Da geht's ja noch höher Sie fasst das Ding an Aber sie will nicht davon abspringen Ja, ich hab auch schon Keine Ahnung Vielleicht hab ich das Also ich hab's halt In Erinnerung eigentlich Als was positives Götterspeise Aber keine Ahnung Vielleicht würde ich das Heute nicht mehr so lecker finden Das hab ich als Kind Letztes Mal gegessen Hier, der muss mich nach oben fahren Okay, komm ich so jetzt Ganz in der Nähe Ja, irgendwo Hätte ich wahrscheinlich Weiter hinten links Hochkommen müssen Und dann wär ich da oben rausgekommen Wo ich gerade diesen Spalt gesehen hätte Und da wäre dann wahrscheinlich Äh Der Wundersamen gewesen Dann hätten wir dann Den maximalen Glibber gesehen So haben wir nur Einen halben Glibber gesehen Aber müssen wir dann Beim nächsten Mal machen Wenn ich alles nochmal durchgehe Wer den Prostatagenuss Nicht ehrt Der ist den Glibber Nicht wert Oder so Genau Moment Hab ich da gerade Gar keinen Samen bekommen Ich hab da gar keinen Samen bekommen Und nicht am Ende Als Abschluss Also gibt's da noch Ein anderes Exit Ich hab das Level Nicht abgeschlossen Das zählt nicht Als Abschluss Das war nicht das offizielle Der offizielle Ausgang Das einzig Gute Eine Götterspeise Ist auch die Konsistenz Ja Wie So wie es Leute gibt Die Dinge nicht mögen Wegen der Konsistenz So gibt es auch Leute Die mögen etwas Wegen der Konsistenz Ne Und zum Beispiel Götterspeise Ist so ein Fall Das ist hauptsächlich geil Wegen der Konsistenz Der Geschmack Waldmeister Ist jetzt nicht so krass geil Er spricht auch davon Wie das schmeckt Es gibt so ein Zeug Was meine Mama Früher mal gemacht hatte So ein russisches Rezept Das sieht halt Absolut ekelhaft aus Aber ich mochte es Als Kind Genau wegen Wegen der Konsistenz Das ist irgendwie So ein komisches Also so Fleisch Im Gelibber Zeug Hala Diaz Hieß das Ich kann euch mal ein Foto zeigen Das sieht super ekelhaft aus Hala Diaz Oder so Keine Ahnung Wie ich das schreiben soll Auf Deutsch Ich glaube das habe ich schon mal Im Streamer gezeigt Das hier Das ist irgendwie so So ein Gelibber Zeug Und da ist Fleisch drin Papierfalke Dankeschön für 31 Monate Und das habe ich als Kind Voll gerne gegessen Das heißt Das Sülze Gibt es das Auf Deutsch Sül Sül Ich schreibe gar nichts Sülze Sückze Wieso sind da Eier drin Und Gürkchen Ja Mario Holy Shit Imagine Du als Kind So Daniel Komm essen Du kommst In die Küche Setzt dich hin Guckst auf deinen Teller Und siehst das hier Trauma Magic Row Dankeschön für 21 Monate Aber ja Das ist ungefähr das Was ich meine Also das Gibt es Als Haladjaz Heißt das Im Russischen Und das war eigentlich Immer ganz geil Das habe ich immer Als Kind Sehr gerne gegessen Junge Junge Der sieht ja einfach aus Wie Durchfall Holy Shit Oh Der sieht ein bisschen Appetitlicher aus Junge Im Teller Sülze vom Schwein Oder Schweinesülze Also Man kann es versuchen So Hübsches Auch geht Zu gestalten Wobei das hier Das sieht nicht ganz So ekelhaft aus Aber die meisten Bilder Die auch so versuchen Das irgendwie so hübsch Darzustellen Es sieht trotzdem Immer ekelhaft aus Junge Der ist noch So ein kleines Schweinchen daneben Das ist Alter Sülze In so einem Ding Alter Boah Junge Was ist das Da ist einfach Eine ganze Gurke Drin Der Hier warte Die Blubberblase Die Blubberblase Die Blubberblase Okay Da kommt nichts Wichtiges raus Nein Der hat mir Eine Blume Kaputt gemacht Arschloch Da war ich Ja drin Ja aber Vielleicht muss ich Mich da irgendwie Hochjieten lassen Ne aber Die kann er nicht Kaputt Die Blöcke Kann er nicht Kaputt machen Das tolle ist Die Sülze Vom Schwein Ist halt Ein gekochter Schweinekopf Okay Da muss doch Irgendwas Oben sein Ich komme rein Und wir schauen Uns Sülze an Wie stehst du Zu Sülze Morgi Oh Jetzt habe ich es geschafft Aber ich habe das Gefühl Das ist nicht So Intended Toll Ich 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 wieso komme ich da jetzt nicht mehr dran gerade kam ich doch die ganze zeit dran jetzt ruhig nicht mal die wand jetzt ruhig nicht mal die wand jetzt ruhig nicht mal die wand ich könnte mir ein anderes abzeichen holen aber ich habe es ja gerade geschafft ich habe ich das gerade geschafft das war pixel perfekt wie habe ich das gerade gemacht hat Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt komm ich gar nicht mehr ran 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 Ja was können wir theoretisch für einen benutzen Ich weiß nicht ob ich damit Versuch mal mit Klimmsprung Ich weiß nicht ob ich damit da besser dran komme Nee da komm ich ja gar nicht ran Nee das bringt gar nichts Nee das bringt gar nichts Da war ich eigentlich schon fast mit dem Abzeichen fast richtig Da verstehe ich nicht wieso ich da unten noch irgendwas isst Da war ich ja da ist nur ne Münze Ja ansonsten war's das ne Hm 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 Vielleicht wirklich noch irgendwo vorher durch ne Röhre rein Und dann kommt man oben raus oder so Hm Don't tell him Nein don't tell him I will I will I will äh herausfinden es selbst Let's go Nee das bringt Ich glaub nicht dass ich mit dem Duckhochsprung so hoch komme Ich mein man kann's probieren aber ich glaub nicht dass ich so hoch komme Ich glaub dass es nicht intendet dass man da so hoch kommt Ja ich bin ein Maker Ich bin ein Maker Ich weiß auf jeden Fall jetzt dass die dass die dass die Blase auf jeden Fall nichts bringt Damit kommen wir gleich hoch jetzt geh doch rein Aber hier ist auch unterwegs wirklich gar nichts Was irgendwie äh auffällig aussieht wo man sagen könnte ja vielleicht da die Röhre da hab ich ja schon da war ich ja schon drin da war ja nichts glaub ich Wenn du in einem Wackelwettbewerb bist und dein Gegner ist Peter Na dann mal Geschafft Was ist hier eigentlich drin? Komm ran, Brudi! Ah, okay. Okay. Ja, okay. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Ja. Also jetzt wurden mir auf jeden Fall einige Fragen beantwortet. Ja, kann doch keiner wissen, so. Aber du dann, das heißt, du musst ja dann das machen, sonst... Normalerweise ist immer Wundersamen immer was Optionales. Hier musst du jetzt sogar Wundersamen machen, überhaupt das Ende zu finden. Toller Tag heute! Toller Tag heute! Das stimmt nicht, doch das stimmt. Und du hast keine Ahnung. Was mit dem Rhino-Level? Ja, das Rhino-Level startet direkt mit einem Samen und ist nicht versteckt im Level. Du kommst in das Level rein und musst den Samen hier mitnehmen. Opfer. Dachtest du, du kannst mich jetzt schachmatt setzen, ne? Aber, da hab ich eiskalt einfach den Springer auf D7 gepackt. Junge, sein Gesicht. Der wird's mir gleich richtig zeigen. Selber Opfer, nö. Ich bin kein Opfer. Ich bin ein Maker. Siehst du mich? Ich seh hier und game das Game gerade wie ein Maker. Und bin nur am Gewinn. Und du bist nur ein mieser Taker. Der hat nen Schnulli. Guck mal, das bist du. Ein richtiges Baby bist du. Das bist du. Bluberblase! Bluberblase! Oh! Da kommt er einfach reingerast. In den Screen. Cyberslot hab ich nicht gespielt, ne. Jetzt hab ich mir mein Fallschirm nicht geholt. Wie kommst du jetzt auf das Spiel? Erinnert dich hier gerade irgendwas daran? Wie sie dabei grinsen, Mann. Ich hab bis selber gestern angefangen. Und? Das ist Banger, sagst du? Kannst du bitte nochmal Slut sagen? Dirty Slut. Digimons Dirty Slut. Oh nein! Bluberblase! Okay, die ist wichtig jetzt hier. Weil da oben irgendwas ist. Nein? Okay. Digimon Nostalgie. Für Digimon Nostalgie einfach Digimon Adventure 1 nochmal schauen. Geh doch da hoch, bitte! Ich hab meine Bluberblase verloren. Oh! Achso, damit hab ich das Ding aktiviert. Okay. Ciao, Jungs! Brutal einfach. Brutal einfach. Nein, 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 nein! Scheiße! Hab ich jetzt verkackt? Jetzt kann ich die Tür nicht mehr benutzen. Und da ist der goldene Samen drin, ne? Spawn die neu, wenn ich weit genug weglaufe? Den hätte ich dann noch unten irgendwie beiten müssen. Okay, ist ein Dorn da? Oh, noch geschafft. Ah, da ist der Samen. Kann ich den haben, Junge? Junge, bitte. Bitte. Bitte! Okay, kann ich ja nicht sterben, ne? Nice. Okay, auf einmal ist jetzt alles voll mit Glibber. Voll mit Glibber. Und Bounce-Dingern. Junge, was ist das? Wow, 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 wow. Ich werde gemobbt! Ich habe schon mit der sieben angefangen, ja. Du meinst Rebirth, denke ich. Habe ich angefangen, ja. Da ist ja immer noch Daisy, ja. Ich habe am Anfang entschieden, also spiel mit Daisy. Wie wäre es eigentlich, ja, so wöchentlich ein Sport-Stream? Nö. Mach doch selber Sport. 11, ich habe 15. Mach ich auch. Ja, dann Glückwunsch. Abzeit schnell! Ändern! Oh, hier. Ich meine, diese ekelhaften Leuten, die Sport machen. Weißt du, vorher weißt du, ob jemand Sport macht. Er sagt es dir. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein besserer Mensch. Fiedern mich an, diese Leute mit ihrem Sport. Da kann ich bestimmt hoch, oder? Nice. Okay. Auf einmal Nomura? Und Fahrrad fahren wolltest du auch, um gegenzuwirken. Bist du meine Mama? Was willst du von mir? Was willst du gerade von mir? Ja, ich trage gerade eine frische Unterwäsche. Und ja, ich habe mir die Zähne geputzt, Mama. Ist gut. Tja, kick da einfach das Ding runter. Boah, 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 boah. Boah, ah. Vielleicht von hier hinten erstmal so anschießen und dann... Boah, pidepupu. Oder ich könnte es auch einfach ganz easy so machen, ne? Oh, das steigt ja! Boah, lol. Wäre witziger. Du kannst ja beim Sport machen in den Spiegel gucken. Dann hast du dein witzigen Content. Dann kannst du die ganze Zeit nicht auslachen. Vielleicht motiviert dich das ja. Besser und stärker zu werden. Du bist doch scheiße selber. Da muss ich mich jetzt beeilen. Das kriege ich ja gar nicht. Moment. Natürlich. Ich habe doch einfach den Koopa hier. Oh. Bierup, bierup, bierup. Ach, die können ihn zurückkicken. Ich bin tot oder... Ah, ne, okay, das geht weg. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Die Lava kommt. Oh. Ich lebe! Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ich lebe noch. Lol. Einfach so da drin? Einfach so da drin? Okay, das war random. Ich meine, okay, ist der einzige Glibber-Block hier, ne? Ist schon an sich sehr auffällig. Ah! Ja, ausgetrickst. Glibber-Daisy ist auch cool. Nein, nein, warte auf mich. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Oh, nein, ich werd plattgedrückt, lol. Als ich letztes Mal Workout gemacht habe, lief in meiner Playlist plötzlich Staying Alive von den Bee Gees. Musste lachen. Und bist du alive geblieben? Obum von deinem PS2-Song? Mein PS2-Song? Bip, babu, bab, biep, babu, bab, biep, babu, bab, bup. Können wir bitte jedes Level mit Glibber Daisy spielen? Einfach gestapft von alleine. Ach so, von meinem, ach so. Okay, das meinst du mit Playstation-Videos? Ich dachte schon, was? Was für ein Playstation-Song? Ich dachte gerade, irgendwas im Stream ist, irgendwas passiert. Habe ich gerade irgendwie was über Playstation gesprochen und Playstation gesungen? Playstation, Playstation. Nein, 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 hier gibt es kein Game Over. Hier gibt es kein Game Over. Ich bin kurz davor, die 999 voll zu machen. Moment, sehe ich das gerade richtig? Kurz vor der 999 werden die lila Münzen plötzlich gezehntelt. Ich bin so fucking schlecht. Ich bin so fucking schlecht. Oder ist es nur, wenn man in dem Drogen-Modus ist? Und das ist schon die ganze Zeit so, aber mir nie aufgefallen. Immer wenn du die Wundersame... Ah, okay, okay. Ist mir nie aufgefallen. Ich bin so gut. Bim. Nein! Oh mein Gott. Schockstarre. Fast wieder eingequetscht. Nein, nein, nein! Nein! Aber wieso spring ich da hin? Wieso spring ich da hin? Aber wieso spring ich da hin? Junge, das Level ist so einfach. Ich bin einfach so überfordert mit Glibberdaisy. Das ist so einfach. Ich weiß doch auch nicht, was ich da tue. Du, 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 du. Aber können wir länger die Musik genießen? Ich muss eigentlich einfach nur oben auf dem Block bleiben und warten. Ich muss einfach nur oben auf dem Block bleiben und warten. Nein, ich mache es nicht extra. Ich versuche schnell durchzukommen. Ich muss einfach oben auf dem Block bleiben. Dann werde ich auch nicht eingequetscht und fahre ich ja eh gegen die Wand. Okay, mit diesen Gifte-Zaps schaffe ich das jetzt. Mit der Macht der Gifte-Zaps. Dankeschön, Sam Porter. Jetzt wird es gruselig. Was passiert jetzt? Ich habe mich gerade dreimal tot gesehen. Ganz schlimm. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Oder ich muss alle grün eingesammelt haben vielleicht Dann geht die Sonne irgendwie kaputt Okay Ist kleiner geworden Halb Sonnensystem Siehst du Die Subgifts Die haben mir geholfen Ja Ja das war schon ein cooles Level Dankeschön 10 Porter Dankeschön Als Peloto noch zwei Dankeschön Wir zerstören die Sonne für den Samen Ja wir haben gerade irgendeine Galaxie zerstört Das ist einfach gerade Kirby Gameplay Daisy der Weltenzerstörer Ich habe die 999 voll Wir müssen shoppen gehen Äh wo war das shop? Hier ne Ein bisschen was kaufen Ein bisschen was ausgeben Na ja So einen coolen Rettungssprung Wow was ist das? Das ist ja super nice Wow boah das ist richtig geil Leben? Man kann Leben kaufen? Lol Leben Nice Okay Na 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 Ey ist was geht ab Wir müssen gleich dringend ne Pause machen Ich muss schon seit irgendwie ne halben Stunde Übelst pinkeln Boblins in Not Gehen wir zusammen Ja lass zusammen gehen Äh wir treffen uns auf Toilette Holt euch ähm Äh was zu snacken Holt euch was zu trinken Holt euch ne Wermi Ja holt euch ne Wermi Chat Sonntag ist ein Wermi Tag Macht euch ne geile Wermi Wir sehen uns gleich Hahahaha Jungen Okay Let's go weiter Chat Es ist 1 Level Hahahaha Das ist 1 Level Let's go Boop 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 Ist halt ein ernstes Thema Ja Bitte esst keine Kinder Okay Das war's Das ist das Level Hä Was Toll wir sind gerettet Wir haben nach einem Königsamt für dich gesucht Prinz Florian Schließlich wollten wir euch helfen Und wir haben einen gefunden Er soll euch helfen Diesen Glück Ich kriege jetzt einfach so einen riesigen Samen geschenkt Hä Da kommt jetzt Bowser und Cloud hin oder Wait a minute Moment Moment Ist jetzt Ist das jetzt der 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 Abschluss dieser Welt Was Okay Das war weird Das ist zwar weird Mario geschafft Ich bin so verwirrt Das war nicht mal irgendwie ein 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 Großes Level Das war Da war kein Bosskampf Das war nicht wirklich ein großes Level oder so Ich bin einfach nur in das Level rein Und hab quasi den Samen geschenkt bekommen Das war's Okay Das war sehr antiklimatisch Das war sehr antiklimatisch Das war sehr sehr antiklimatisch Und Diabel Dankeschön für 10 Monate Keine Idee für den Bosskampf eingefallen Sie hätten ja theoretisch auch einfach wieder diese typische Fabrik machen können Oder so Keine Ahnung Wo dann am Ende Ja wer bist du denn Irgend gegessen Wo du dann wieder auf diesen Knopf drücken musst Oder so Nur halt dann wieder irgendwie abgewandelt Und schwieriger oder so Der hat ihn gegessen Der hat ihn einfach gegessen Der hat ihn einfach gegessen Der hat ihn einfach gegessen The fuck Ein Pilz Der kann sogar Pilze essen Der gehört mir Der war bestimmt 5 Jahre alt Der Gumba Oh nein Oh nein Wo hast du das gelesen? Auf Facebook? Junge wieder alle Der kann die sogar dann wieder ausspucken Ah Okay den kann man nicht mit Rutschen töten Oh der ist ein Stacheln Was suchst du denn hier? Stimmt der hat den Pilz gegessen Äh Kann ich da drauf laufen? Oh lol Jetzt kommt so eine Stealth Mission einfach Meine Brüder Meine Brüder Alle gegessen Schneeek Schneeek Ja ich bin ziemlich mutig Ja ich bin ziemlich mutig Ja ich schöpft Und jetzt? Ich bin tot Wieso hat er mich hinter dem Baum gesehen? Nein Der hat mich irgendwie hinterm Baum gesehen Hast du dich bewegt? Ne Ich stand einfach hinterm Baum Der hat meine Füße oder so gesehen Du stinkst wohl Ich rieche Ganz normal Ich rieche wie ein Goomba riecht Das ist vielleicht das Problem Du bist ganz schön mutig Okay vielleicht ist er nur ein Bait Er ist die Münzen Der will gar nicht mich essen Kann ich ihn töten? Grüße Grüße Nein Oh nein Sobald er runter kann Lass dich nicht erwischen Ich bin zu ungeduldig Für sowas Ich muss was klicken Ich kann nicht so lange stehen Und nichts machen Du bist ganz schön mutig Lieber bloody Trappland Hallo saubere Escaped Okay ich muss das richtige Timing abwarten Das kann jetzt ein bisschen dauern Boah wie ist plötzlich Du das gefurzt Oh ja Ich habe eine neue Spezies entdeckt Ach so Er will mich essen Was ist dein scheiß Problem? Der Goomba von vorhin Ich hoffe, ich bin gut Wenn ich leben, kriegt ihr mich nie Erster Wackelpudding Dann Goomba Daisy Diese Blumen sind sehr verfressen Sehr creepy Das ist wahrscheinlich nur die Weil die Blume immer mehr und mehr Daisy fressen will Wir haben ja festgestellt, dass Prinz Florian ein Parasit ist Der ja auf ihr drauf sitzt Und mit seinen Ranken in ihr Gehirn reingreift Und überall sieht sie ja diese Pflanzen Die eigentlich gar nicht da sind Die mit ihr reden Und diese Pflanzen wollen sie langsam fressen Sie ist quasi schon im Endstadium Des parasitären Befalls Die hat glaube ich nicht mehr so lang Okay Was ist das? Schwebepiräute? Kann ich jetzt länger fliegen? Mit der Pirouette? Brrrr Oh, ich kann doppelt machen Vielleicht muss ich gar nicht hoch Sondern nur die Dinger erreichen Ja Hey Michi Aka Yoko Tsuya Was geht ab? Hui Boah Ich glaube ich hätte die Röhre runterfahren lassen müssen Aber okay Nice Mein Wochenende war Wochenendig Und so Da ist so Ich glaube da komme ich nicht mehr so hoch Oder so komme ich hoch Hip hip Und da ist die letzte Münze Stark Ja das ist an sich eigentlich auch ein geiles Dingens Ich weiß nicht ob das sogar vielleicht schon besser ist Als Ähm Der Der Ihr wisst schon Fallschirm Weil das ist ja schon quasi ein Doppelsprung Das ist ja schon ein Doppelsprung Voll stark eigentlich Ich wechsle mal da drauf Mal gucken wie ich damit klarkomme Ja genau Das ist ja quasi so der Galaxy Sprung Ich meine mit dem Fallschirm kann man ja auch so ein bisschen nachjustieren Seinen Sprung Aber den kannst du ja sogar noch boosten Dahin der riesige Kopf Junge Der sieht aus wie ein Mario Maker Level Gut Schade Mit Fallschirm wäre das nicht passiert Da oben ist eine Röhre Wie weit bist du schon Ich gehe gerade in die sechste Welt Ich habe in den Chat geguckt Ich habe in den Chat geguckt Weißt du was mich an diesem Mario Marathon belastet Die Tatsache dass es Sonntag ist Das wird das Beste dran Kriege ich jetzt noch irgendwie so einen Stern Und dann kann ich durchlaufen Zurück Weil da war ja noch Kram hinten Morgen klingelt Wecker Ja einfach Wecker nicht anmachen Ich platze gleich vor lauter Kraft Das sieht aus Das könnte man auch da nach unten hin Da ist der Stern Ich habe ihn Nice Da als ob Oh nice Was sind das denn für Blöcke Diese Füße von denen Junge Oh ja ich hatte keine Blumen mehr Ich wollte ihn erschießen eigentlich Oh ich bin im Hintergrund Schau mir gerade wieder deine Videos an Und du streamst ja Ich stream nicht nur Ich habe sogar noch neue Videos Erst diese Woche kam ein neues Video Schaust dir an man Ist sehr lustig geworden Wie kriege ich den Bruder da oben So kriege ich den Bruder da oben Wie läuft es mit deinem neuen Schnittprogramm Das schneidet auf jeden Fall Das ist auf jeden Fall einige Dinge Die mir nicht so gefallen Aber Und das Problem ist mit dem neuen Programm Dadurch dass ich mir jetzt vorgenommen habe Jeden Monat ein Video zu machen Habe ich nicht so viel Zeit Dann irgendwelche Extravaganten Dinge dort zu lernen Weil Ich muss Ich muss Ich habe ja Eine Deadline Deshalb hoffe ich Dass die normalen Dinge Die Standard Dinge Die ich mache Dass die dann irgendwann So Smooth laufen Und so In die Finger Eingehen In Muscle Memory Dass ich dadurch schneller bin Und dadurch mehr Zeit habe Um irgendwas Extravagantes zu lernen Aber momentan Habe ich dafür keine Zeit Vor allem Ich habe immer noch Sehr sehr viel Muscle Memory Von meinem alten Programm Von Vegas Immer noch sehr oft Drücke ich die ganze Zeit Shortcuts und so weiter Die da halt nicht funktionieren Oder ganz andere Funktionen haben Und das ist ein bisschen Noch lästig Aber ja Ich komme rein I guess Okay schnell 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 Ich habe ganz hinten Fisch gelassen Ich dachte nicht Dass das Level so groß ist Und ich komme easy zurück Wie sieht es mit Sponsoren aus Holst du mir welche ran Hol mir welche ran Jo Holst du mir welche ran Tschau tschau Walzorp Das war schlecht Das war giga schlecht Gib mir noch einen Gib mir noch einen Schnell Ah du bist Nicht gut In Videospielen Jo Wie viele das sind Oh Es jongliert Auf meinem Kopf Wow Hallo HelloFresh habe ich angenommen Ja das kommt Irgendwann diesen Monat Ich glaube das kommt sogar die Woche Aber er hat sich gar nicht gemeldet man was intellektiert sagte das ist Nein 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 nenne Wieder bei 107 Bei 80 hätte ich machen Ja, ich hab den Anfang verkackt mit dem Fisch Das war schlecht Mit dem Fisch war schlecht Wird das wieder so eine schlecht geplante Sache? Weiß ich nicht Also er hat sich doch nicht gemeldet Er hat gesagt, wenn alles feststeht, melde ich mich Also der Ich muss zwei Streams machen In einem Stream reden wir nur drüber Und in einem anderen Stream wollte ich kochen Und der erste Stream Den wollte ich Donnerstag machen Mal gucken Ich denke mal, er wird sich schon bis dahin melden Äh, hier rein Bist du vom Finanzamt oder so, Jan? Was möchtest du von mir? Einfach Finanzamt Schaut mal in den Stream, Alter Yo, der Chef So viel Lava finde ich super Papa ist bestimmt schon langweilig davon Nur rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln Vielleicht schaffe ich es ja, dass die Lava in die Luft geht Wie ein Feuerwerk Das würde ihm die Langweile vertreiben Wir haben es bis in die Magmatiefen geschafft Okay Ich kriege sogar jetzt so eine Map Wir buddeln uns da durch oder so Ne, wir buddeln uns nach unten Ich bin oben, merke ich gerade Aha Aha Observatorium Ja, und dann arbeiten wir uns hier dann wahrscheinlich Stück für Stück nach unten Okay 15 und dann 25 brauche ich Dr. Bowser will seinem Detten nur die Fucking Dr. Bowser Dr. Bowser Oh nein, Hilfe Boop, 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 boop Kriege ich jetzt wieder einen Königsamen einfach geschenkt? Ne, normaler Samen Äh, was meint ihr? Schaffe ich? Schaffe ich in einer Stunde die Welt durchzuballern, Chad? Ein Rätsel schon wieder Nein Wird knapp Ich wollte so gegen acht ungefähr in Minecraft rein Also ich brauche jetzt schon mal eine Stunde hier Du hast einen Sticker für die Rätsel, ich habe keine Ahnung was das heißt Wowi, saui Wo sind die Random Blöcke? Wo sind sie nur hin? Ach, du meinst den Radar Ach so, meinst du das Damit findet man das auch Ah Lass mal machen Äh, wo ist er? Da Er spüre wichtige Items in der Nähe Etwa Wunderblumen oder Ja, okay, tatsächlich Viel Erfolg, Diabel Ich hoffe, du kannst nur Positives daraus ziehen Viel zu lange hierfür gebraucht So schwer Aber das sagt ihr immer bei allen Rätsel-Leveln Dass ihr viel zu lange dafür gebraucht habt Guck mal, es leuchtet schon hier auf Oh, da piept es wegen dem hier Das ist wahrscheinlich wegen dem hier, ne? Äh, da komme ich vielleicht mit der Blubberblase dran Vielleicht wenn ich da durchschieße oder so Nur eine Münze Ja, die letzte ist bisher in jedem Rätsel In jedem Rätsel-Level ist immer die letzte immer recht mies versteckt Okay, so geht das nicht Da reinbohren kann ich mich auch nicht Okay Okay Den können wir so easy holen? Boah, ich habe jetzt schon keinen Plan, wie ich den unteren holen soll, ne? Okay, so geht's nicht Vielleicht kann ich Den Stachelball in eine Blubberblase reinkriegen Und dann passieren Dinge Vielleicht kann ich den Stachelball mit Mit dem Elefant kicken Okay, kann ich Frage ist, was bringt mir das? Oh, okay, lol, easy Das war ja einfach Okay, äh, dann haben wir jetzt Einen mit Bohrer Einen mit Elefant Jetzt hole ich mir die Blubberblase Die Fische da rausholen Ah, ich muss die Fische töten Okay Noch ein Junge, das Piepen Ja, da oben Da kommt wahrscheinlich irgendwo hier ne Ne Blume raus Die mich nach oben führt Oder? So Kann man da vielleicht hoch Nein Warte, ich probiere mal kurz Den hier Ob ich mich in die Plattform reinbohren kann Und von unten die Kisten aufmachen kann Junge, das Piepen Ne, da kann man sich nicht reinbohren Ich hole mir Warte, boh Ne, bohren nicht Oder komme ich doch da in den Schlitz rein? Oben Wenn ich da Vielleicht im richtigen Moment So abspringen Ne, ne Junge, das Piepen Das stresst mich so hart, ne Es piept einfach durch In diesem Level Okay, ich versuch's nochmal mit meiner ersten Strategie Mit der Ballonstrategie Luftballon Luftblasenstrategie Scheiße Scheiße Oh, ich hab ein Puppo Das war gut Ey, das ist schon wieder dasselbe Ich muss in die andere Richtung springen Ja, jetzt ist der letzte Ja, das scheint irgendwo hier in diesen Blöcken zu sein Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Rüssel da drankomme Okay, ich komm mit meinem Rüssel da dran Ja Okay Okay, das bringt mir ja gar nichts So kommt man da eigentlich hoch Ja gut Ja gut Ich hab mich schon gefreut Dass ich diesmal das so easy geschafft habe Ja Ja Okay, die Wand Vielleicht kann man die Wand Also wahrscheinlich kann ich mit dem Ball die Wand kaputt machen Und dann kann ich Ich weiß aber nicht, ob ich den Ball da so hoch bekomme Ne, ich glaube ich krieg den Ball nicht hoch Ne Ich dachte vielleicht kann ich ihn da gegen die Wand und dann hoch yeeten Aber seitlich reinbohren geht ja nicht Was ist wenn ich Ne, ich glaube das habe ich auch schon probiert Den kriege ich nicht in den Ballon rein Ne, den kriege ich nicht Ja, ich habe das Gefühl Ich muss halt oben eine Wand kaputt machen So wie bei dem ersten, den ich geholt habe Vielleicht kann ich eine Röhre kaputt machen Ne Ich krieg den nicht nach oben geheetet Boah Der ist richtig gemein, ja Ich habe eine Idee, Chat Ne, das habe ich auch glaube ich schon getestet Und zwar wenn ich So Und dann springe Ne Ich dachte vielleicht kann ich ihn so hoch yeeten Also ich komme da drunter Unter einem Block Aber das war es dann auch Das musste ich googeln, echt? Es ist ja definitiv hier irgendwie Also ich sehe da schon richtig Chat, ne Das ist hier hinter diesen Blöcken, die man kaputt machen kann wahrscheinlich, ne Aber das heißt Hä? Oh lol Der ist ja richtig gemein Das ist hier an der Stelle ist das hier Doch das ist ein Block Aber okay, ja gut Ja, okay, gut Es connectet halt Ja, okay, gut Wow Ich sag's wie es ist, das war jetzt aus Versehen War aus Versehen War aus Versehen Aber ja, die Idee ist smart an sich Happy little accidents Ähm Ja, das Abzeichen ist echt gut Für die Rätsel-Level Das ist echt nice Mit dem Abzeichen werden wir wahrscheinlich später alles machen müssen Nachträglich Du seid nicht immer so bescheiden Ach so Da müssen wir wahrscheinlich durch alle Level einmal durchlaufen Und danach suchen Ich hab gar nicht den Hinweis-Bage benutzt Hab den ganz vergessen Ich hab ihn auch vergessen Wurde mir im Chat grad gesagt Ich hab ihn vor einer Stunde oder so gekauft Vergessen Bup, 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 bup Chat, äh Die Special-Welt Sind das viele Level? Wuchhant Wie viele Level sind das ungefähr? Andere Anzahl So ungefähr Eher so 6, 7 Oder eher so 20 Schwebehochsprung 2 8 bis 10 vielleicht 38 Ich glaub um die 10 Okay Schwebehochsprung Schwebehochsprung Ja Das schaffen wir heute alles nicht Und wie gesagt Ich glaub nächste Woche Wird vielleicht Sonntag ausfallen Also generell Auch Samstag wird nächste Woche ausfallen Beide Tage Starker Sprung Starker Sprung Ja ich Ich bin Samstag Auf nem Geburtstag Von meinem Papa Und danach Wenn ich zu Hause bin Krieg ich noch Besuch Von Von Attraktion Richie Und die bleiben halt Mit Übernachtung Und dann weiß ich nicht Ob ich es Sonntag schaffe Weil wir werden wahrscheinlich Etwas länger dann auf sein Deshalb weiß ich noch nicht Dann wahrscheinlich eher Sonntag Wenn dann vielleicht spontan Weil ich weiß nicht wie lange Wir aufbleiben werden Ich weiß nicht Wie lange die dann da sein werden Ich will dann auch nicht irgendwie die Direkt nach dem Aufstehen Wie wegscheuchen Weil wenn wir irgendwie Keine Ahnung Bis 5, 6 Uhr aufbleiben Oder so Dann werden wir wahrscheinlich Auch ein bisschen länger schlafen Äh Ne Brauch ich nicht Dann werden wir wahrscheinlich Auch ein bisschen länger schlafen Und dann Stehen wir auch dementsprechend Ein bisschen später auf Und Ah Wenn dann vielleicht Wahrscheinlich Vielleicht ein bisschen später Nicht unbedingt wie immer Um 15 Uhr oder so Wenn dann vielleicht um 18 Uhr Wenn ich dann überhaupt noch fit dafür bin Ich bin weg Ah Ich bin da oben Lol Ich dachte ich bin der Stein Irgendwie dachte ich bin der Stein Ich hab mich gar nicht gesehen Was sind das für Säulen Alter Ich war kurz weg Machst du eine Gamer-Nachter Oder was Was Wo ist eine Gamer-Nachter Yippie Boah Ich spring einfach raus Wie so ein dumm Dummtrottel Dummtrottel Okay ich bin ein dumm Trottel Let's go Ja da oben Ist wahrscheinlich Die Bohne Ja es ist auf einmal Eine Bohne geworden Es ist kein Samen Es ist keine Rübe Es ist Es ist auf einmal Es ist auf einmal Eine Bohne Ja hallo Dumm Dumm Daisy Pyjama-Party Mit Keggy Eine Gamer-Nacht Weil du sagtest Dass ihr lange Schlafen werdet Äh Keine Ahnung Ob wir gamen Keine Ahnung Kriegt zwei Freunde Zu Besuch Weiß nicht was wir machen Ob wir was Gamen Ob wir Was gucken Ob wir Uns unsittlich Anfassen werden Keine Ahnung Es wird auf jeden Fall Gekniffelt Oh Yo Erwischt Gehen die nicht mit Wandsprung kaputt Ich muss von der anderen Seite kommen Schieben Schieben Daisy Nice Wäre es schon traurig Wenn drei Gamer Nicht zusammen Gamen Gamen Gaming ist halt nicht alles Im Leben Gibt auch andere Dinge Die man mit Freunden Machen kann Die Spaß machen Der leuchtet besonders Der leuchtet besonders Nice Da ist das drin Es gibt nur Gamen Du meinst anfassen So viele Möglichkeiten So viele Möglichkeiten Die verdienen wirklich einen Preis Weil ich meine Die Person Die halt Diese Sportart erfunden hat Die musste ja genau Diese Kegel Genommen haben Also diesen Stoff Genommen haben Wegen dem Sound Du kannst ja auch Irgendwas anderes nehmen Was nicht so einen Geilen Sound macht Aber er hat genau Die genommen Die so einen Geilen Sound machen Da muss die Kugel Stimmen Und das Material der Kugel Stimmen Und das Material Der Pins Stimmen Oder vielleicht auch Die Form muss ja Stimmen Damit die diesen Klang ergeben Und der Ball Muss ausgehöhlt sein Damit er quasi Dieses Geräusch Aufnimmt Und durch die Vibrationen Der inneren Leere Weiterleitet Ich kann nicht nach rechts Wahrscheinlich gab es hier Noch einen Secret Exit Augen auf In der Glut Draco Ruine Ich meine Ihr könntet auch In V-Sports Bowling spielen Ist auch wieder ein Game Ja aber das Gegenüber Echt im Bowling Ist das schon echt Arschlangweilig Da ist er Der Schurke Da kommen Gegner raus Ich dachte ich kann da rein Vielleicht Ich fahre mal kurz Ganz nach oben Okay Kurz Angst gehabt Dass da vielleicht sogar Eine Wand ist Boah wie hier Eine von diesen Röhren Funktioniert Dann hasse ich alles So klingt man also Mit innerer Leere Schnell werft Eine Bowling Kugel Gegen mich Nee nee Wenn Dann musst du die Bowling Kugel Sein Wir müssen dich Auf die Bahn werfen Hier geht's nicht weiter Hier geht's nicht weiter Das klingt nach Mobbing Ja Sadie möchte das Ich möchte ihm Ich möchte ihm das Nicht verwehren Level Skip Da oben war was Darum war doch was Oder bin ich dumm Ich kann schwören Da war gerade was Naja Vielleicht bin ich auch Einfach dumm Wäre nicht das erste Mal Ihr fragt euch Was war sein Plan Ich kann euch diese Antwort Ganz einfach geben Ich hatte keinen Plan Schade Ein Genie Braucht kein Plan Oh Eine Zehner 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 Oh aber Ach geschafft Und Daniel Dankeschön Für Tier 2 Alter Vielen vielen Dank Oh 7 Guti komm raus Ist da mein Gäst Brinker Die sind schon cool Mann Diese Feuerlöwen Oh mein Gott Gegessen hat er mich Und jetzt ist alles Voll mit Feuerlöwen Ne Es ist top down Äh Ja Ja Machen wir gleich Noch Minecraft Ja Zelda Dungeon Ja True 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 Was Daisys Kopf wurde gerade Eingequetscht Ah Okay Jetzt ein bisschen vorsichtiger Gerade bin ich so ein bisschen Braindead da reingelaufen Sch TBe T� Phoenix G Sweet difícil Sch vorsichtig hier nicht wieder quetschen lassen der schrei wenn man diese blume sein sammelt erinnert dich immer an yugio nach weil er immer sind so ein gruppen schrei kommt oder was und er sendet dich dann aber ein yugi okay dann sind es vielleicht auf feuer hunde rankenschuss what the fuck einfach spider-man jo wie lang das ist jo was what the fuck ist diese fähigkeit das geräusch klingt wie aus joshis island irgendwas super super nein nein aber wo kommt die ranke raus ja so gar an die ranke kann man sich fest klammern ja florian hat uns schon so weit eingenommen dass aus unseren händen ranken kommen der parasit das wirklich endstadium gerade bald platzt das baby aus dem bauch hölle der kreisenden flammen sie wird am ende zum baum ach so wahrscheinlich mit den panzern hier oder so habs wieso kommt jetzt eigentlich immer das abzeichen menü war das nicht schon immer da ne das ploppt doch immer nur auf das ploppt doch immer nur so rechts in der ecke auf jo wenn du wechseln willst drück er jetzt taucht es immer auf und ich muss immer jetzt eins auswählen hier ist glibber dran oder so die musik hier wird man ja gebraten da brauchen wir einen bohrer leute aber ich habe doch keinen bohrer bekommen oder aus der kiste wo man wo ich einen pilz bekommen habe da hätte man wahrscheinlich einen bohrer bekommen oh die schildkönnen können im wasser laufen äh im laber laufen so hätte man das wahrscheinlich bekommen müssen indem man einfach auf deren köpfen läuft ja ich brauche einen bohrer hab leider keinen ich finde es wird dass die lila münzen gespeichert bleiben das macht die einzusammeln ein wenig zu einfach naja eigentlich wollen die wahrscheinlich von dir dass du die ausgibst für leben oder so aber nicht jeder ist also ein epic gamer hey a kastneri wie big 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 daisy blubber blasen nehm ich ne ui kann ich dich ein blubber blasen finde die leben one up mechanik so out there to be honest ja ich verstehe sie überhaupt nicht wieso sie überhaupt drin haben weil du kriegst halt so viel lila münzen dass du dir halt nach der ersten welt eigentlich schon so viele leben kaufen kannst dass die leben komplett irrelevant sind also normalerweise war das ja in mario spielen ja oft so dass du ein level am anfang hast wo du easy level grinden kannst wodurch das leben konzept auch dann nicht mehr wirklich irgendwie sinn ergibt aber du musst es halt wissen wo dieses level ist du musst es halt finden und es herausfinden 1 2 welt 1 2 ähm was ist das denn für ein ding und hier haben sie es halt gemacht jo du kannst halt einfach die leben kaufen und dann denke ich mir auch dann nimmt doch einfach das ganze konzept von leben raus aber ich denke mal bei mario nehmen sie das halt nicht raus weil es ist ja auch irgendwo irgendwie deren markenzeichen ne gehört ja zu mario dazu dieses one up ding das ist ja so mit eines der mario symbole odyssey hat es nicht ja aber odyssey hat das ja so wie sm64 geregelt also das da ist es ja was anderes das ist ja nicht 2d mario das ist ja mit münzen wenn du stirbst verlierst du münzen haben die ja so ein bisschen diesen weg genommen auch wenn es in sm64 natürlich one ups gibt aber da hast du ja auch diese quasi hits die du bekommst äh und da verlierst du münzen aber bei 2d mario ist es immer noch so ein festes ding irgendwie auch wenn es mittlerweile komplett irrelevant ist weil wie gesagt durch sowas wie kaufen oder oder grinden in level 2 welt 1 der grüne pilz ist halt marketable und recognizable jaja und das ist halt das ist halt deren zeichen so mit mario super mario one up pilz da sind so zwei dinge die gehören einfach zusammen und das wollen die denke ich mal nicht einfach wegwerfen weil die haben ja hier auch gar keinen gar keinen zweck mehr du verlierst ja auch nicht wirklich irgendwas wenn du alle leben verlierst außer halt ein paar münzen aber du verlierst nicht irgendwie progress oder sonst was das ist das ist halt einfach eine zahl da oben links in der ecke ja aber du baba da oben ist nix okay würde doch auch immer negativ gesehen wenn es kein leben mehr gab weil es dann heißt dass die spiele zu einfach sind ne du stirbst ja trotzdem es hat ja zb jetzt in diesem level ob ich jetzt neun leben äh in diesem spiel ob ich jetzt neun leben habe oder nicht das ist doch ab dem punkt scheißegal ob ich jetzt game over werde oder leben verliere ich verliere ja keinen progress ich verliere ja nichts deshalb ja ja früher war das ja so dass wenn du game over geworden bist dann musstest du ja zum letzten speicherpunkt gehen und das ist ja auch weg ne ja okay du verlierst den checkpoint ja okay 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 crash 4 hat auch keine leben als ob das jemand leicht fand easy game also base game war ja nicht so schwer aber ja wenn du die ganzen 100% zeug machst oder so dann ist das schon echt hardcore das game das einfach nur frustrieren mit dem letzten speicherpunkt ja ja und das haben die dann irgendwann ab einem punkt weggenommen weil sie selbst eingesehen haben ja das ist schon echt ein veraltetes system das ist irgendwie scheiße aber wie machen wir das jetzt mit dem leben was machen wir jetzt mit unseren one up pilzen wir können doch nicht unsere 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 markenzeichen wegwerfen können wir doch nicht machen ach so ich hab 12 und dann haben sie immer stück für stück diese leben irgendwie mal abgeschwächt dass die immer weniger irrelevanter sind aber du kannst sie halt immer noch finden wahrscheinlich einfach nie wirklich eine smarte idee gefunden haben gehabt für die one up pilze münzenmagnet stark kaufen wir ich hab geld in galaxy waren die komplett useless die leben ein power up machen ja aber dann ist das ja ein komplett neues item das ist ja dann was komplett neues wo habe ich denn noch ach hier die brücke kann ich reparieren und stimmt wir hatten ja gerade noch ein level gehabt mit einem anderen exit da gab es auch noch was stimmt jedenfalls dass so aussieht dass wir das dort ein anderes exit geben ist ja das ist ja das ist ja Luftgaleere in den Magmatiefen! Oh nein! Obacht! Ja, vielleicht machen wir noch die 15 voll, machen das eine Level und die 25 werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Alter Riki, hier Freitag als ich Minecraft gestreamt habe, hat irgendjemand im Stream gefragt, ob das du der Riki bist? Wow! Also nicht alle bevorzugen Rikimania über dir, über dich, auf dir. Wieso bleibt er stehen? Daisy, schneller! Aber ich habe es eingesammelt! Das zählt! Ich war gerade kurz verwirrt, wie ich loslasse. Ah-ha! Ist die Quid? Hier kommen die Brees her, Alter! Oh no, da unten! Nicht die teure, tolle Münze! Oh, scheißegal! Habe ich gerade so viel ausgegeben? Wieso habe ich so? Wieso habe ich... Habe ich gerade 400 Münzen im Shop ausgegeben? Ich habe nur zwei Sachen gekauft. Was hat 400 gekostet? Inflation kickt halt, ja. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt... Oh no! Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt 10 Euro... Wow! Ich hätte jetzt 10 Euro aus 2014. Stellt euch mal vor, ich habe ihn in Rente gehen! schneller da sie ja wie viel waren wohl wie viel waren wohl die lila münzen 2014 wert da geht der screen auch irgendwann weiter so wird er jetzt an diesem screenpunkt da eingezogen oder was ist jetzt meine neue putze digga ich habe immer angefangen ja ich spiele privat abends immer nach den streams ich habe da bist du ich bin in juno unterwegs ich bin in juno und der coole abschluss mit dem großen roten knopf das ist auch immer so wird dass das so komisch endet also dass es so so einfach ist also dass die da nicht vielleicht irgendwie ein bisschen mehr was besonderes machen das ist immer irgendwie so irgendwie so also zwei meter passage und ich denke mir ist das so wie also das soll ja wahrscheinlich eine anspielung an damals sein wo du dann durch das level läuft so ein bausers schießt schon auf dich so feuerkugeln und dann springst du über ihn drüber und massen kaputt so ich denke mal das soll so ein bisschen die anspielung sein aber es ist halt dieser es ist einfach so ein weg aus zwei metern wo du zwei mal springen muss und das war es und das war bisher jetzt jedes mal irgendwie so nicht mal irgendwie interessant irgendwie ausgeklügelt oder so irgendwie sehr wird also ja bisher diese komischen diese komischen knöpfe stellen sind echt weird die boss kämpfe sind irgendwie alle sehr unspektakulär also ich mag diese mechanik bei den bossen dass die sich da was neues ausgedacht haben dass dann mal mit wasser mal so mal dies aber dass es halt trotzdem immer das gleiche ist ja spring halt pause auf den kopf seid echt lang leise leider echt blame ein mario teil wo halt so viel kreativität drin steckt hätte ich mir irgendwie gewünscht dass es bei den boss kämpfen vielleicht auch ein bisschen kreativer zugeht aber das ist meckern auf hohem niveau chat ach das soll popcorn sein das ist ja meist stücke elephant wowie wowie stark also die combo anzeige haben die halt ersetzt mit also vorher waren es halt punkte die dann so aufgeplottet irgendwie bei 1000 punkten bei 1000 punkten hast du dann irgendwie so ein live abbekommen hier ist es halt super toll prima extrem triple s und dann geht es ab ich da hoch als ob das sieht so machbar aus von rechts ich habe gedacht vielleicht ist hier der wundersamen drin da ist er die kombos sind doch auch für leben oder nicht ja ja und wie gesagt vorher bei dem alten stil waren halt kombos in form von punkten dargestellt und hier ist es halt in form von wörtern dargestellt punkte jucken nicht ja es gibt ja generell jetzt keine punkte mehr in dem spiel deshalb haben die das ersetzt mit gut prima super toll punkte waren auch so wird ja ich fand sie auch wird bis wir hätten darüber mit hier im stream geredet haben und dann mehrere leute im chat meinten dass sie die punkte cool finden weil sie das mit freunden mit freunden so challenges gemacht haben und das kennen wir einfach nicht weil wir keine freunde haben das war sowas von cool greif doch diese ratte nimm doch jetzt dann fick dich ich hasse sie sorry das ist ein kinderspiel da war eh nichts relevantes drin war vielleicht ein 10er lila münze drin oder so juckt juckt punkte in 3d world war eigentlich recht fanny wieso wurde man dann irgendwie belohnt dafür oder was wenn man im koop gespielt hat wenn man die mehr um die meisten punkte hatte ich mag sie nicht besonders aber das ist nur meine persönliche meinung im multipler gab es am ende jedes level ein ranking okay ich habe halt nur auf der wii new super mario bros wii mal im koop gespielt aber das ist schon so lange her kann ich mich gar nicht erinnern ob es da auch sowas gab mit mit einem ranking oder so oder eine krone schon viel zu lange her vier sterne palast der magmatiefen war nur in 3d world so ja ich habe das und wer bist du denn feuer magma das ist kalzifa oh was lol ich bin abgerutscht vier sterne reicht ein equipter aus ich weiß nicht vielleicht muss ja gleich ein bisschen rater los grinden wo was wohin mit dir alle die springt einfach ins loch ich komme nicht weiter als zwei meter diesen level vier sterne wir müssen wirklich wir müssen gleich wirklich rater los grinden oder näher gigante schiebung verbot offiziell einfach schnell sein dann kriegen die dich auch nicht oh shit kann ich denn mit der blubablase aufwecken ach ja hier ist bestimmt die wunderblume ich kill mich mal kurz da ist bestimmt die wunderblume drin ja ja noch schlimmer muss die drei krokodile aus green blue grinden was für krokodile die dino's die dills oder was flammedeis bill dill 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 d थसمن�� Deal yourself, genau den gab es ja auch noch, ne? Ah, nach unten! Ich bin kleiner Schleim. Wow! Wow! Durchgemogelt. Ende. Vorbei, Finale. Gute Nacht. Ciao. Geil, Pilz, den wollte ich haben. Was hat er diesmal auf Lager? Er kann sich hoch boosten, okay. Yeah! Ja, okay! Ich hoffe, wie riesig der eigentlich ist, ne? Moment, wieso ist er so groß eigentlich? In der Nähe, auch wenn ich groß bin. Wenn ich groß bin, ist er halt genauso bisschen, bisschen kleiner als ich. Guck, ich bin gerade Elefant, Elefant ist riesig. Der hat wohl gegessen, ich glaube auch. Da wird jemand erwachsen. Was ist schon immer so groß? Was? Da bin ich gerade lost. Ja! Das heißt, wenn er fast so groß ist wie Daisy, dann ist er ja größer als Mario. Bowser Junior war doch nicht größer als Mario, oder? Der war doch in Sunshine kleiner als Mario. Der ist wirklich gewachsen! Mario war kleiner? Schon immer? In Sunshine war der doch klein... Bowser Junior war doch in Sunshine kleiner als Mario. Ich finde jetzt kein Bild, wo die dann nebeneinander stehen. Ich finde leider kein Bild. Ich glaube, es gibt auch kein Bild. Mario Sunshine und Galaxy 2 war ja schon genauso groß. Echt? Vielleicht habe ich das einfach nur falsch in Erinnerung. Aber ich hatte irgendwie in meinem Kopf immer gehabt, Bowser Junior ist kleiner als Mario. Und dementsprechend müsste er ja auch kleiner sein als Daisy. Aber der ist fast so groß wie Daisy. Müssen wir mal Sunshine replayen. Lost Media. Es gibt kein Bild im Internet, wo Mario neben... Äh, Luigi. Ich wollte kein Bild, wo Mario neben... Bowser Junior steht. Zurück? Ich dachte, hier ist ein... Ich dachte, ich muss hier noch was machen. Hier sind nur 25 Rüben, die ich erreichen muss. Ich glaube, ich kann nicht mal jemanden... Also hier ist ja noch mal jemanden... Ich hoffe, es geht mal. Und zwar das ist ja auch hier demás. Wir haben es geschafft! Wow, los wir müssen Bautz-Pauser! Was war denn das? Irgendwas stimmt hier nicht. Rhythmus kann ich. Ist das nur ein Level? Ist das eine ganze Welt? Mir gefällt nicht, wie sicher Bowser sicher seiner Sache ist, als wäre es schon zu spät, ihn aufzuhalten. Ist eine kleine Welt, okay, dann lass es nicht mehr machen. Wenn der jetzt nicht direkt losgeht, können wir noch kurz reinschauen. Junge, der sieht einfach aus wie Crash Bandicoot. Ab jetzt wird es deutlich gefährlicher werden. Ja, Bowser. Stark. Ja, nice, dann sind wir jetzt in der letzten Story-Welt quasi angekommen. Torpedenkugel, Willis im Anflug. Nice. Aber, das machen wir dann als nächste Woche-Chat. Ich denke mal, dann werden wir nächste Woche die Story beenden und dann anfangen mit dem Aufsammeln aller restlichen Samen, die ich noch so überall liegen gelassen hatte. Ein paar Level sind generell noch offen, die wir noch gar nicht gemacht haben. In ein paar Level habe ich halt den Wundersamen nicht gefunden oder so. Dann werden wir dann durchgehen. Wenn ich nächste Woche Sonntag streame. Da weiß ich ja noch nicht. Wenn nicht, dann halt die Woche danach. Aber ich denke mal nicht, dass wir das alles in einem Stream schaffen, dass ich das Finale mache. Dass wir alles sammeln und dann noch die Special-Welt machen. Das wird alles zusammen nicht funktionieren. Ich denke mal, die Special-Welt wird dann auch ein separater Stream, I guess, sein, weil ich glaube, das wird alles zu viel. Vor allem, weil ja das letzte Level ja super schwer sein soll, wo man dann auch mehrere Stunden dran sitzt. Aber nice. Ich bin sehr gespannt auf den Endkampf, wie der inszeniert wird, wie der gestaltet ist und so. Ist die Special-Welt denn groß? Im Chat meinten die Leute so ungefähr zehn Level. Ungefähr zehn Level. Ja. Fast durch. Also vielleicht noch zwei Sonntage, wenn jetzt der kommende Sonntag ausfällt, dann vielleicht noch drei Sonntage. Sprich, dass wir dann irgendwie so ab April damit fertig sind und dann einen neuen Marathon anfangen. Ja. Dann zweiten Marathon abgeschlossen. Wie die Zeit vergeht, Chat. Wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht! .